Herzlich willkommen zur Lage der Nation, Ausgabe Nummer 208 am 9. Oktober 2020. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Rückschau auf die politischen Geschehnisse dieser Woche, so wir sie für relevant halten und so sie uns interessieren. Mein Name ist Philipp Banser und mir gegenüber sitzt Ulf Burmeier. Herzlich willkommen auch von meiner Seite zu dieser neuen Ausgabe der Lage der Nation. Und weil ja doch erfreulicherweise immer neue Menschen dazukommen, die uns zuhören, möchten wir uns an dieser Stelle noch einmal kurz vorstellen oder ein bisschen was erzählen, was wir hier eigentlich tun. Mir war es wichtig, noch mal darauf hinzuweisen, dass wir hier zwar eigentlich nur zwei Dudes sind, die sich über politische Geschehnisse auseinandersetzen und darüber unterhalten, aber wir machen das eben mit einem journalistischen Anspruch. Das ist uns ganz wichtig und das bedeutet, dass wir eben nicht nur einfach Dinge erzählen, die uns durch den Kopf gehen und sagen, vielleicht wäre es so, vielleicht aber auch so, hätte, könnte, sollte. Sondern unser Anspruch ist schon, hier Tatsachen zu verbreiten, die wir, soweit uns das eben möglich ist, überprüft haben. Und wenn wir Fehler machen, dann korrigieren wir die. Und wir sind da eben auch bemüht, Sachverhalte möglichst facettenreich darzustellen und nicht eben nur von einer Seite. Das ist zumindest das Bestreben. Und dazu trägt hoffentlich auch bei unser beider Hintergrund, Philipp, wo kommst du her, was machst du sonst so? Also ich bin, hier steht seit 1929 Journalist, das ist nicht ganz korrekt. Ich wollte damit sagen, schon ein bisschen länger. Genau, schon ein bisschen länger. Also ich bin jetzt seit, was ich, 25 Jahren oder so Journalist, habe eben die meiste Zeit vor allen Dingen für das Deutschlandradio und Deutschlandfunk als freier Mitarbeiter gearbeitet und mache eben seit 2005 Podcasts, aber eben bin Journalist, Punkt. Und du bist Richter oder warst Richter, bist Buchholter Richter. Genau, genau so ist es. Ich bin seit einigen Jahren Richter des Landes Berlin, war lange am Landgericht Berlin tätig, bin das quasi von meinem Status her, Beamtenstatus her auch immer noch. Bin aber seit dem 1. Oktober im Sonderurlaub für zwei Jahre. Und zwar, um bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte arbeiten zu können. Das heißt, seit Oktober bin ich jetzt nicht nur Vorsitzender, was ja ein Ehrenamt ist, sondern auch noch Angestellter Legal Director. Das ist also der offizielle Jobtitel. Das bedeutet so in Anführungsstrichen, wenn man das auf Deutsch übersetzen will, Leiter der Rechtsabteilung bei der GFF und freue mich sehr darauf, mit den Menschen zusammen in unserem Legal Team, wie wir das nennen, weiter hoffentlich gute Fälle für die Grundrechte zu erfinden und vor Gericht zu bringen. Für die langjährigen Hörer, Hörerinnen unter euch war das jetzt kalter Kaffee, aber es gibt eben ein paar neue und den wollte ich oder wollten wir einfach auch noch mal kurz klar machen, was hier unsere Ansprüche sind und auf welcher Grundlage wir hier arbeiten. Kommen wir zum ersten Thema, das ist wieder mal Corona. Wir kommen jetzt doch in Gebiete, wo glaube ich, viele schon nervös werden. Wir haben so viereinhalbtausend registrierte Neuinfektionen pro Tag. So ist es. Jeden Tag für etwa viereinhalbtausend neue Fälle. Der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn zeigt sich sichtlich beunruhigt. Und man muss sich halt überlegen, die genauen Quoten, wie viel Prozent der Menschen, die sich infizieren, schwer krank werden, wie viel Prozent auch ins Krankenhaus müssen, sind noch nicht ganz klar. Und das hängt ja auch sehr davon ab, welche Bevölkerungsgruppen sich infizieren, sind es vor allem junge Menschen, geht es quer durch die Bevölkerung. Aber man kann schon grob über den Daumen davon ausgehen, dass jedenfalls ein, zwei, drei bis auch fünf Prozent der Menschen, die sich infizieren, auch schwer krank werden, wenn man sich das überlegt. Dann sind einfach viereinhalbtausend Fälle jeden Tag eine große Belastung für das Gesundheitssystem. Wir haben schon wieder die ersten Krankenhäuser, die melden, dass zwei Drittel der Intensivbetten mit Menschen ... Ist das so, ja? Ja, habe ich mit dem Radio gehört. Ja, ja, mit Deutschlandfunk. Ich war ein Klinikum, das meldete ... Ich glaube, es sind sogar die Berliner Kliniken, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Habe ich jetzt nicht noch mal nachgeguckt, welche das waren. Aber ich meine, zwei Drittel der Intensivbetten inzwischen schon wieder mit Covid-19-Patienten belegt sind. Mit anderen Worten, die Lage wird wieder ernster. Und vor allem nähern wir uns von den Zahlen her der Situation im Frühjahr an. Und das macht die ganze Sache doch ausgesprochen gefährlich, Philipp. Insbesondere gibt es inzwischen eine ganze Reihe von Städten bundesweit, die mehr als 50 neue Fälle pro 100.000 Einwohner innen in sieben Tagen. Genau, genau. Das ist mal diese Sieben-Tage-Quote, also 50 neue Fälle pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen. Das gilt eben zurzeit als die Schwelle, wo die Corona-Warnlampe fettrot leuchtet und wo man einfach sagen muss, jetzt müssen Maßnahmen ergriffen werden. Berlin ist da schon seit Tagen natürlich ganz vorne dabei. Aber es ist bei Weitem nicht die einzige Stadt. In München sieht es auch nicht gut aus. Und in einigen Städten des Ruhrgebiets, Philipp. Muss man natürlich ganz deutlich sagen, das kommt nicht von ungefähr. Das kommt nicht von ungefähr. Also wenn man Freitagabend oder Samstag tagsüber oder auch Samstagabend mal durch Kreuzberg, Friedrichshain, durch die Partybezirke läuft, da sagt man ganz laut, aha, so, so. Aber nicht, weil die Regeln so eingehalten werden, sondern eher, weil das Erstaunen so groß ist, dass das einfach überhaupt keine Rolle spielt. Also weder im Verhalten der Leute, noch wird das irgendwie kontrolliert von irgendjemandem, von Abstand und sowas. Und Maske ist da meist keine Rede. Ich kann das verstehen, dass die Leute natürlich in Berlin wohnen und auch nach Berlin kommen zum Teil, um hier zu feiern und Geselligkeit zu leben. Aber was da in der Partyszene zuletzt abging, ich fand das wirklich zum Schluss nur noch asozial. Also im Sinne von unsozial allen anderen gegenüber. Sich so zu verhalten, wirklich das so massenhaft zu ignorieren. Ich weiß hier von privaten Feiern wurde mir erzählt, wo 40 Gäste waren und dann waren 40 positiv. Das nennt sich dann ein Superspreader-Event. Und das muss man natürlich sehen, es sind jetzt eben nicht mehr nur die Partys irgendwie im Park, so die illegalen Raves oder so. Sondern es sind vor allem die vielen, vielen privaten Feiern, wo dann irgendwelche Hinterzimmer von Kneipen gemietet werden oder wo Menschen sich einfach auch zu Hause treffen. Wo man dann selbstverständlich anscheinend ohne Maske zusammensitzt. Und dann hat man eben sehr schnell ein Superspreader-Event. Da reicht es eben, dass ein Mensch dabei ist, der aktiv spreadet. Wir haben dieses Phänomen Superspreading schon häufig erläutert. Es gibt eben relativ wenig Infizierte, die aus irgendwelchen Gründen genau, warum weiß man noch nicht, einfach wahnsinnig schnell übertragen. Sodass dann eben ein Mensch reicht in einer Feier. Und zwei, drei Dutzend andere Menschen sind später auch SARS-CoV-2 positiv. Wir werden gleich noch eine Hörermail ausführlich besprechen, wo ein solches Superspreader-Event und vor allem die Folgen, die das so hatte, noch mal dargestellt wird. Also man kann im Grunde bei dieser Gelegenheit noch mal ganz deutlich an alle Menschen appellieren, Maske auf, verdammt noch mal. Das gilt eben im öffentlichen Raum. Das gilt natürlich auch im Nahverkehr, im Fernverkehr der Bahn. Das gilt aber eigentlich immer dann, wenn Menschen zusammentreffen und insbesondere in geschlossenen Räumen. Denn diese berühmte Aerosolwirkung bedeutet eben, dass es nicht nur darauf ankommt, ob man direkt quasi mit einer infizierten Person spricht, sondern diese Tröpfchen, diese winzig kleinen Aerosoltröpfchen, die verteilen sich in ganzen Räumen. Das heißt, sobald man nicht an der frischen Luft ist, wird es gefährlicher. Ich habe da jetzt neulich das Bild noch mal gehört vom Rauchen. Das fand ich eigentlich ganz anschaulich, dass es einfach so ist, als würde man in einem Raum sitzen und alle würden rauchen. Und so ähnlich zumindest verteilen sich halt die Aerosole im Raum. Und da kann sich jeder schnell ausmalen. Und jeder, was das bedeutet, wenn man keine Masken auf hat, das ist dann zwar nicht weg, aber das ist deutlich mittlerweile erwiesen, hilft es doch. Also, was machen die Länder? Die sehen natürlich jetzt, und auch Merkel sieht es, alle sehen es, die Zahlen gehen eindeutig nach oben. Und wenn alle Leute drin sind und schlecht belüften, jetzt, wenn das Wetter schlechter wird, dann werden die Zahlen sicher nicht runtergehen. Also haben die Länder sich mit Merkel kurz geschlossen und mal wieder neue Maßnahmen beschlossen. De facto ist das in einigen Bundesländern und Städten eine Sperrstunde. In Berlin ab 23 Uhr nur noch fünf Leute draußen, kein Alkoholausschank mehr. Da würde ich sagen, mit dem Alkohol, da war ich dafür, das schon viel eher zu machen. Aber vor allen Dingen, das ist ein bisschen das Neue, gibt es jetzt quasi innerdeutsche Beherbergungsverbote. Für Berlin zum Beispiel, die Stadt, die jetzt auch in der gesamten Fläche mehr als 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohnern in den letzten sieben Tagen hatte, bedeutet das de facto ein Ausreiseverbot in sehr viele Bundesländer. Ja, also vielleicht sollten wir an dieser Stelle ganz kurz noch mal den Hintergrund einschieben, warum geht das eigentlich immer so ein bisschen durcheinander? Also formal hat die Bundesregierung relativ wenig Karten im Spiel oder relativ wenig Aktien im Spiel. Denn diese Corona-Beschränkungsmaßnahmen beruhen zwar auf einem Gesetz des Bundes, nämlich auf dem Infektionsschutzgesetz, aber die darin enthaltene sogenannte Verordnungsermächtigung. Also die Rechtsgrundlage, damit Verordnungen erlassen werden können, richtet sich an die Bundesländer. Das heißt also, die Corona-Beschränkungsmaßnahmen sind im Kern Maßnahmen der Bundesländer, in Ausnahmefällen auch Maßnahmen der Kommunen. Aber wie kommt der Bund jetzt doch wieder ins Spiel? Na, über eine koordinierende Rolle. Es ist also sehr häufig so, dass die Bundesregierung einlädt zu Schaltkonferenzen, zum Beispiel in seltenen Fällen auch mal zu physischen Treffen, wo VertreterInnen der 16 Bundesländer sich dann mit jemandem von der Bundesebene zusammensetzen, mit dem Ziel, dass die einzelnen Ländermaßnahmen irgendwie miteinander koordiniert sind. Das heißt also, formal sind die Länder zuständig, aber in der Praxis versucht man das bundeseinheitlich so weit wie möglich zu regeln. Aber Philipp, bei diesen Beherbergungsverboten zum Beispiel hat das schon mal nicht geklappt. Nein, das ist wieder so ein Beispiel. Es ist halt Föderalismus. Es machen nicht alle Länder mit. Berlin nicht, Thüringen nicht, Mecklenburg-Vorpommern nicht, Bremen nicht, NRW nicht. Niedersachsen prüft wohl noch, die restlichen zehn Länder sind wohl dabei, wollen also keine Touristen aus Deutschland aufnehmen, die aus Risikogebieten kommen. Sprich, in denen mehr als 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen registriert wurden. Das heißt, Hotels dürfen Touristen aus Hotspot nicht beherbergen. Ausnahme? Genau, das ist wichtig. Ausnahme, sie legen einen Test vor, einen negativen Test vor, dessen Ergebnis, und das ist ganz wichtig, dessen Ergebnis nicht älter als 48 Stunden ist. So Philipp, und jetzt müssen wir uns das mal so ein bisschen genauer angucken. Denn wir haben uns so gedacht, die Corona-Beschränkungsmaßnahmen haben wir immer wieder schon mal betrachtet. Die allermeisten fanden wir überzeugend mit Ausnahmen. Aber hier muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich große Bedenken. Also zunächst mal kann man sich ja die Frage stellen, ist denn diese Schwelle von 50 Infektionen pro 100.000 EinwohnerInnen pro sieben Tage überhaupt sinnvoll? Denn ich frage mich so ein bisschen, ob die überhaupt was über das Risiko aussagt, dass einzelne Menschen krank sind. Beispiel Landkreis Vechta in Niedersachsen. Ist ein Landkreis, der diese Schwelle gerissen hat. Allerdings, wenn man genau hinschaut, gibt es in diesem Landkreis so gut wie keine Infizierten im Prinzip. Es gibt nur einen quasi Superspreader. Das ist eine Fleischfabrik, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, auch wieder von diesem Tönnies-Konzern. Und in dieser fleischverarbeitenden Fabrik da haben sich reihenweise Menschen infiziert. Und die treiben eben die Statistik im Landkreis Vechta nach oben. Sodass der im Schnitt über diese 50 Personen kommt. Und da muss man noch sagen, das bedeutet doch nicht, dass Menschen aus dem Landkreis Vechta grundsätzlich quasi potenzielle Spreader sind. Also mein Gegenargument wäre, irgendeine Handhabe brauchst du. Du brauchst irgendeine Messlatte, um Gebiete einschätzen zu können. Gebiete, in denen quasi überhaupt kein Corona vorkommt. Und Gebiete, in denen sehr viel Corona vorkommt. Und das kann nicht zu feinteilig und detailliert sein. Und du musst es irgendwie praktikabel handhaben. Deswegen also so diese 30 Infektionen pro 100.000 so als Vorwarnstufe und dann 50, hier ist Risikogebiet. Das war bisher nicht so ein Problem, weil das immer nur bedeutet hat, wenn 50 erreicht werden, muss die Kommune als Kommune irgendwas machen. Und dann konnten sie halt auf das Tönnies-Werk gucken und sagen, oh, die 50 kommen offensichtlich aus diesem Werk. Also machen wir da was. Und ansonsten eben muss nichts passieren. Und ansonsten muss eben nichts passieren. Oder es kommt aus einer Schule oder dem Altenheim. Also machen wir da was. Jetzt ist das Neue, dass es auch eine bundesweite Bedeutung hat. Also dass diese kommunalen Messwerte tatsächlich Auswirkungen auf alle Menschen haben, auf die Bewegungsfreiheit, die dort wohnen. Ja, und zwar ganz strikt und ohne konkrete Einschätzung der Situation. Sobald diese Schwelle gerissen ist, werden daran eben Folgen geknüpft, die aber mit der konkreten Situation in dem Landkreis nicht unbedingt was zu tun haben. Der Ausweg ist aber, du kannst dich ja testen lassen. Genau, und das ist nämlich das nächste Problem. Theoretisch denkt man so, man könnte sich testen lassen. Da geht es schon mal los, dass ja bei der Regel auf den ersten Blick unklar ist, was heißt denn eigentlich 48 Stunden? Das ist in der Presse jedenfalls nicht so richtig deutlich geworden. Man könnte ja auch denken, das bedeutet 48 Stunden, seitdem der Test genommen wurde. Das wäre dann völlig sinnlos, weil die Tests viel zu lange dauern. Das könnte man gar nicht mehr so knapp vor der Abreise schaffen. Deswegen ist das wohl auch tatsächlich nicht gemeint. Also es geht darum, 48 Stunden dürfen maximal vergangen sein zwischen dem Moment, wo du das Ergebnis bekommst von dem Test und deiner Anreise ins Oderbshotel. Das ist anscheinend die Idee. Aber Philipp, macht denn das Sinn? Ja, also praktikabel ist das nicht wirklich. Erstens können sich die Menschen zwischendurch wiederinfiziert haben. Ja, weil es nämlich sehr häufig einfach fünf Tage dauert. Also man muss ja da rückwärts gehen. Du machst einen Test. Einen Test machst du in der Regel, wenn du entweder Kontakte oder Symptome hast. Wenn du Symptome hast, dann hast du schon zwei, drei Tage Covid. Dann machst du diesen Test, dann dauert das manchmal 24 Stunden, manchmal aber auch drei, vier, fünf Tage, bis du dein Ergebnis bekommst. Und wenn du dann noch mal zwei Tage, 48 Stunden wartest, das heißt, deine Infektion ist unter Umständen eine Woche oder zehn Tage her. Das heißt, du bist im Zweifel schon nicht mehr ansteckend, selbst wenn du positiv getestet warst. Eigentlich ist das so absurd wegen der langen Wartezeit auf manche Testergebnisse jedenfalls, dass man eigentlich fast sagen sollte, es dürfen nur die Leute verreisen mit positivem Test, weil die nämlich inzwischen wieder so weit gesundet sind, dass sie niemanden mehr anstecken können. Also das zeigt so ein bisschen, das klingt auf den ersten Blick erst mal gut, Beherbergangsverbot, aber dann mit Test wieder quasi freitesten. Aber das funktioniert in der Praxis nicht. Die Testergebnisse dauern zu lange, dann können sich die Menschen zwischendurch längst infiziert haben. Und wie gesagt, die Menschen sind ja vor allem am Anfang einer Infektion relativ bald ansteckend, dann später nicht mehr. Das heißt, das passt auf jeden Fall nicht zusammen, muss man leider sagen. Also das heißt, diese Testerfordernis ist ein bisschen lebensfremd. Vor allen Dingen, ich habe das eben selber auch probiert, mal eben so schnell einen Test bekommen, ist gar nicht so einfach in Berlin. Beim Gesundheitsamt ist immer besetzt. Eine Fachärztin sagte, so hatte die Sprechstunde Hilfe, nee, sowas machen wir nicht für den Urlaub testen. Hausärztin war auch nicht zu greifen. Also das, glaube ich, ist das eine Problem, schnell mal in Berlin einen Test zu kriegen. Und dann können diese Tests einfach dauern. Und zwar unkalkulierbar lange. Kannst du auch nicht sagen, ich mache jetzt mal vorsorglich einen Test, weil dann musst du ja innerhalb von 48 Stunden, nachdem du das Ergebnis bekommen hast, auch zu deinem Urlaubsort fahren. Wenn du den jetzt aber nach 24 Stunden bekommst, du willst erst in fünf Tagen fahren, dann kannst du da normal hinlaufen. Also das macht alles überhaupt keinen Sinn. Aber wir wollen das aber auch noch mal so ein bisschen aus einer rechtlichen Perspektive beleuchten. Also auf einer rein lebenspraktischen Ebene muss man sagen, ist das nicht durchdacht. Mag das ja in der Theorie funktionieren, aber in der Praxis der Tests eben nicht. Wir sagen später noch ein bisschen was zu Erfahrungen, die HörerInnen noch mit diesen Tests gemacht haben. Aus einer juristischen Perspektive muss man sagen, ist das einfach eine Frage der Verhältnismäßigkeit. Und ich komme ehrlich gesagt zu dem Ergebnis, dass diese Beherbergungsverbote vermutlich nicht mehr verhältnismäßig sind. Einfach weil sie einen allzu schweren Eingriff bedeuten, dem keine hinreichend gravierenden Vorteile entgegenstehen. Denn man muss mal sehen, also so ein Beherbergungsverbot ist einfach ein ganz gravierender Eingriff. De facto werden die Herbstferien abgeschafft. Du darfst außerhalb Deutschlands sowieso sinnvollerweise nicht mehr reisen, weil fast überall hinterher eine Quarantäne fällig wäre. Also du darfst reisen, aber das ist nicht realistisch. Reisen, du musst dich dann halt hinterher in Quarantäne begeben. Ja, bis halt 14 Tage aus dem Verkehr. Häufig. Ja, häufig. Und jetzt ist es jedenfalls für Menschen aus vermeintlichen Risikogebieten, auch innerhalb Deutschlands ein Riesenproblem, reisen zu gehen. Das heißt also, diese Menschen werden in ihrer Freizeitgestaltung, jetzt beginnen die Herbstferien, sehr eingeschränkt. Und natürlich belastet das auch Hotels und Gaststätten ganz enorm. Denn wenn jetzt mit einmal keine Menschen aus Berlin mehr nach Rügen fahren können, ich habe das mal eben mit einem Freund am Telefon durchgerechnet heute Mittag, da sind irgendwie Zehntausende von BerlinerInnen gebucht auf Rügen. Und wenn die jetzt alle stornieren müssen, weil sie keine Chance haben, sich testen zu lassen, jedenfalls nicht in den passenden Zeitfenstern, dann bedeutet das Millionen Verluste auf der Insel Rügen. MV macht aber nicht mit, ne? Doch, doch. MV hat sogar mit die krassesten Regeln geschlossen. Ach so, okay. Das stand da oben, weil sie bei diesem konkreten Thema nicht mitmachen, aber sie haben noch viel krassere Quarantäneregeln. Also sie sperren dich halt einfach 14 Tage in Quarantäne, no matter what, ohne Freitesten. Nur das Gesundheitsamt kann dich entlassen aus der Quarantäne. Das ist also, soweit ich das jetzt überblicke, die strengste Regel. Kurz und gut, diese Beherbergungsverbote sind gravierende Eingriffe sowohl in die Freiheitsrechte der Menschen, die gerne reisen wollen, als auch vor allem in die Gewerbebetriebe der Hotels und der Gaststätten. Und diesen gravierenden Eingriffen steht eine doch eher fragliche Wirkung gegenüber. Du hast es eben gesagt, bei 50 Infektionen pro 100.000 Einwohner, das bedeutet, in den letzten sieben Tagen wurden 99.950 mindestens nicht positiv getestet. Das muss man so deutlich sagen. Und fast alle, die nun nicht in den Urlaub können, sind wahrscheinlich völlig gesund. Genau. Und da muss man schon sagen, diese Maßnahme hat eine enorme Streubreite. Sie trifft nahezu ausschließlich Menschen, die überhaupt keine Gefahr darstellen. Und die Menschen, die tatsächlich eine Gefahr darstellen, die werden ja noch quasi aus anderen Gründen daran gehindert zu reisen. Denn nach dem Infektionsschutzgesetz liegt ja die Verantwortung für Quarantänemaßnahmen, vor allem bei den Gesundheitsämtern, wo die Menschen herkommen. Mit anderen Worten, wenn jemand tatsächlich infiziert ist und sich quasi gemeldet hat, was aber wiederum die Testlabore automatisch machen, oder wenn jemand Kontaktperson ist einer infizierten Person, dann werden die Menschen ja sowieso in Quarantäne gesteckt. Oder wenn sie aus einem Risikogebiet zurückkommen zum Beispiel. Das heißt, es gibt alle möglichen Gründe, weswegen die Menschen, die potenziell gefährlich sind, sowieso aus dem Verkehr gezogen werden. Sodass es dann überhaupt keiner Beherbergungsverbote mehr bedürfte, um diese Menschen daran zu hindern, dass sie zum Beispiel nach Bayern oder nach Baden-Bürkenberg fahren. Das heißt also, wenn man das noch mal in Betracht zieht, dass also von den 50 plus x positiv Getesteten, die allermeisten sowieso schon von ihrem Herkunftsgesundheitsamt mit einem Reiseverbot belegt sind, qua Quarantäne, dann trifft die Maßnahme Beherbergungsverbot. Nämlich nur noch die, die nicht unter Quarantäne stehen. Und damit ist die Wahrscheinlichkeit noch viel höher, dass die Menschen, die am Reisen gehindert werden, nahezu alle keine Gefahr darstellen. Und deswegen denke ich, kann man so zusammenfassen, die Maßnahme trifft praktisch nur die Falschen. Und das ist gerade anders als bei der Maskenpflicht. Die natürlich auch fast nur Menschen beachten müssen, die in der Realität nicht infiziert sind. Aber die schützt eben alle davor, sich und andere anzustecken. Ja, und dann ist auch noch völlig unklar, was so ein Beherbergungsverbot überhaupt bringen kann. Wir haben das noch nicht gehabt bisher. Es gibt da wenig Erkenntnisse. Aber wenn man sich mal anguckt, dass ja vor allem private Feiern das Problem sind. Und sich dann anguckt, dass dieses Beherbergungsverbot gerade nicht für Privatbesuche gilt. Du kannst ja weiterhin deine Verwandten besuchen. Ganz genau. Du darfst nur nicht im Hotel absteigen. Also das macht das ganze Sache noch fraglicher. Ja, also ich glaube, das ist schlicht und ergreifend Aktionismus. Wenn man sich überlegt, wenn eine Familie aus Berlin am Ammersee wandern geht, in ihrer Ferienwohnung wohnt und damit kaum jemand im Kontakt hat, wo ist bitte das Problem? Im Zweifel wäre sie in Berlin gefährlicher, wenn sie da irgendwie andere Leute ansteckt. Und ich habe bislang auch nichts davon gehört, muss ich sagen. Das kann natürlich sein, dass wir das einfach nur nicht wissen. Aber ich habe bislang noch nichts davon gehört. Und ich konnte auch nichts in der Richtung googeln, dass Übernachtungen in Hotels jetzt irgendwie mal als Superspreader-Events aufgefallen werden. Partys und Hochzeiten und so. Das schon. Aber einfach nur touristische Reisen und Übernachtungen in Hotels sind eben bislang gerade keine Superspreader-Risiko-Events gewesen. Auch das spricht dagegen, dass diese Maßnahme überhaupt einen nennenswerten Beitrag leisten kann zur Beschränkung der Pandemie. Plus, dass der Schaden in der Politikvermittlung relativ groß ist. Dadurch, dass jetzt wieder nur zehn mitmachen, niemand so richtig versteht, was soll das eigentlich? Wen trifft das eigentlich genau? Würde ich denken, das ist noch ein Argument dagegen. Und noch eins ist, dass man eigentlich, bevor man jetzt neue Maßnahmen wie diese einsetzt, erst mal dafür sorgen sollte, dass die bestehenden Maßnahmen, die ja durchaus sinnvoll sind, auch durchgesetzt werden. Stichwort Maskenpflicht, Stichwort Partyverbote. Ich kenne jetzt nur die Daten für Berlin. Aber da hat es halt Informationen über Kontrollen von den Ordnungsämtern in eben diesen Partybezirken gegeben, Mitte Friedrichshain, Kreuzberg und so. Und ich habe die genauen Zahlen jetzt nicht noch mal nachgeguckt. Aber das war sehr, sehr überschaubar. Die Anzahl der Kontrollen und die Anzahl der Strafen und die Höhe der Strafen, die da verhängt wurden. Und der allgemeine Eindruck ist schon, diese Sachen werden nicht überprüft und nicht durchgesetzt. Also jedenfalls in Berlin kann man kaum U-Bahn fahren, ohne dass man nicht im unmittelbaren Umfeld irgendeinen Honk sieht, der die Maske nur übers Kinn gezogen hat oder allenfalls auch über den Mund. Aber die Nasenspitze sieht man fast überall blank. Und jedenfalls bei ein, zwei Menschen im Umkreis. Und das macht dann natürlich alles wenig Sinn. Also in der Summe würde ich sagen, da passen Dinge nicht zusammen. Wir haben es eben versucht, so ein bisschen zu begründen. Das Beherbergungsverbot bringt mutmaßlich extrem wenig, kostet aber sehr viel Freiheit, belastet die Betriebe extrem, belastet vor allem die falschen Menschen, die nicht in Quarantäne sind. Und offensichtlich wirksame Maßnahmen sind längst beschlossen, werden aber nicht konsequent umgesetzt. Das passt alles nicht zusammen. Und deswegen würde ich in der Summe sagen, nach dem unsinnigen Verbot, alleine auf der Parkbank zu sitzen, das Berlin mal im März verhängt hatte, und dem totalen Demo-Verbot, selbst Demos mit Abstand, die ja auch sehr fragwürdig waren, ist das jetzt die nächste Maßnahme, die ich für eindeutig rechtswidrig halte. Ich würde also allen Bundesländern raten, solche Maßnahmen nicht zu verhängen. Die Bundesländer, die das gemacht haben, sollten das ganz schnell wieder abschaffen. Und wäre ich Hotelier, ich würde klagen. Man muss es ja nicht alleine machen, man kann sich ja an seinen Verband wenden. Aber ich denke, das sind also Beschränkungsmaßnahmen, die einfach übers Ziel hinausschießen. Da passt alles Mögliche nicht zusammen. Und Philipp, du hast es eben gesagt, Corona-Maßnahmen setzen eben auch Akzeptanz in der Bevölkerung voraus. Und ich glaube, hier ist die Politik einfach deutlich übers Ziel hinausgeschossen. Da sollte man, finde ich, ganz schnell nachsteuern. Wir bleiben noch ganz kurz bei diesem Thema eher aus so einer praktischen Perspektive. Auch weil wir das hier am eigenen Leib so ein bisschen mitbekommen haben zu diesen Tests. Das haben wir ja eben schon gesagt. Die Frage ist, wie ist das eigentlich mit den Tests in der Praxis? Man denkt immer so, ja, wir haben jetzt große Kapazitäten und Tests spielen jetzt offensichtlich eine wachsende Rolle und so. Aber wir kriegen so viele Meldungen, sowohl direkt an uns als auch vermittelt durch Medien, die darauf hinweisen, dass selbst in diesem Testsystem doch ganz schön Sand im Getriebe ist. Und da so einiges nicht funktioniert. Von dem man glauben sollte, dass sie jetzt wie lange? Acht Monate, so über den Daumen, sieben, acht Monate. Mit einer langen Sommerpause, in der wir, was weiß ich, 300, 400, 500, 600 neu registrierte Fälle pro Tag hatten, dass das doch besser laufen sollte. Und richtig in den Salat getreten sind wir mit deiner Erfahrung. Ja, das ist ganz interessant. Ich habe ja immer erzählt, ich bin seit 1. Oktober beurlaubt bei der Justiz. Ich habe dann also die letzten zwei Septemberwochen noch mal Urlaub genommen und habe mir dann überlegt, na, wo fährst du denn mal hin? Wo ist denn noch kein Risikogebiet? Mit dem Zug natürlich. Mit dem Zug selbstverständlich. Fliegen mag ich ja nicht, insbesondere nicht innerhalb Europas. Na gut, also bin ich schön in den Zug gestiegen, nach Kopenhagen gefahren, war allerdings noch nicht ganz da, als das leider auch zum Krisengebiet erklärt wurde. Und dementsprechend musste ich dann, als ich zurückkam, natürlich erst mal in Quarantäne. Ich bin dann am Hauptbahnhof, sofort in Berlin, als ich wieder zurückkam, zum Testcenter gegangen. Na, da war dann irgendwie eine Stunde geschlossen wegen Pause. Aber gut, wie dem auch sei, jedenfalls das Testen als solches hat im Grunde gut geklappt. Hat auch nicht wehgetan, wollte ich noch mal sagen. Wir hatten ja mal so ein bisschen die Frage gestellt, wie unangenehm ist das? Also das hat wirklich gut geklappt. Rachenabstrich und dann ab ins Röhrchen. Genau, man muss so ein bisschen würgen, wenn da einem einer im Rachen rummacht. Aber das war jetzt eigentlich kein Problem. Hat auch nicht sehr lange gedauert, das Warten. Und vor allem war es sehr erfreulich, dass ich mit der Corona-App tatsächlich einen QR-Code einscannen konnte. Sodass das Ergebnis dann hinterher auch aufs Handy übermittelt werden konnte. Also das waren die positiven Erfahrungen. Das hatten sie soweit im Griff. Und der Test war außerdem auch noch kostenlos. Musstest du ein Häkchen setzen bei, ich will informiert werden über die App? Ich konnte halt scannen oder nicht scannen. Ich hatte halt einen QR-Code bekommen. Wenn ich den nicht gescannt hätte, dann hätte man mir das auch nicht schicken können. Aber ich musste den halt einscannen, habe ich gemacht. Und das hat auch gut geklappt. Ich habe allerdings, muss man sagen, damit ist auch das Ende der guten Nachrichten erreicht. Ich habe diesen Test an einem Sonntagabend gemacht. Und ich habe mein Ergebnis fast eine Woche später bekommen, nämlich erst am Freitag über die App. Also fünf Tage später. Fünf Tage später kam dann über die App die Nachricht, dass ein Testergebnis vorliegt. Ich hatte natürlich bis dahin tausendmal geguckt. Und man muss sich das überlegen. Ich konnte so lange natürlich nicht aus der Bude. Ich durfte ja nicht mal einkaufen. Also das ist schon eine ganz erhebliche Belastung. Und wieso das fünf Tage dauern musste. Also gut, ich hatte jetzt Urlaub. Ich habe es mir halt zu Hause gemütlich gemacht. Aber das kann nicht richtig sein. Denn mal ganz ehrlich, wenn ich jetzt in irgendeiner Art und Weise unter Druck gestanden hätte. Ich stelle mir mal vor, ich wäre jetzt selbstständiger Berater gewesen. Und ich hätte keine Ahnung, Kundentermine gehabt. Ein paar tausend Euro Honorare wären da irgendwie in der Rede gewesen. I don't know. Ich will jetzt nicht sagen, ich wäre hingefahren. Aber ich kann irgendwie menschlich nachvollziehen, auch wenn es natürlich arschig ist, dass Menschen da sagen, komm, wurscht. Ich fühle mich gut, ich bin bestimmt. Ich habe alles getan. Aber wenn das hier fünf Tage dauert. Ich fahre jetzt dahin. Und ich habe also in der Woche zwei geplante Kurztrips absagen müssen. Das war also schon sehr ärgerlich. Konnte ich dann irgendwie Gott sei Dank verschieben und so. Aber das war schon extrem ärgerlich. Ich habe mich daran gehalten. Aber da würde ich sagen, das ist unzumutbar. Das kann nicht wahr sein. Und auf der Homepage dieses Testzentrums waren am Freitag die Ergebnisse überhaupt nicht abrufbar. Das heißt, hätte ich den QR-Code nicht gescannt und hätte ich nur auf der Homepage dieses komischen Testcenters nachgeguckt, hätte ich am Montag, also volle acht Tage nach dem Test, mein Ergebnis bekommen. Also das ist schlicht und ergreifend indiskutabel. Und das provoziert, dass Menschen sich nicht dran halten. Und da muss ganz dringend nachgesteuert werden. Ich weiß natürlich, das muss man offen sagen, ich kann nicht sagen, was schief geht. Aber es scheint kein Einzelfall zu sein. Denn auf der Homepage von diesem Testzentrum steht schon in großen Lettern, ja, sorry, dauert halt. Also man muss auch sagen, wir kriegen auch positive Meldungen. Also Hörer melden uns auch. Wir haben gute Erfahrungen gemacht, hier einer. Wir sind vor zwei Wochen am Sonntag aus Spanien zurück und haben uns dann mit der Familie auf der Autobahnteststelle A5 bei Nauenburg testen lassen. Unsere Erfahrung, Doppelpunkt, super. Die Testentnahme hat keine zehn Minuten gedauert. Und wir waren wieder auf der Autobahn, zwei Kinder, alles super. Wir hatten gedacht, das dauert ewig. Das Ergebnis war dann in unter 24 Stunden Test, also circa elf Uhr Ergebnis, zehn Uhr am nächsten Tag. Dann da, haben allerdings selbst online abgerufen. Irgendwas hat mit der App nicht geklappt. Beziehungsweise, wenn wir den Barcode gescannt haben, war immer noch nichts da. Der Test war zum Glück negativ. So, gibt's auch. Hat offensichtlich super geklappt. Ist offensichtlich eine Frage der Organisation. Aber das bedeutet doch in der Praxis nur, Philipp, wenn man will und wenn man sich dahinter klemmt, kann man das irgendwie auch so organisieren, dass es funktioniert. Ich weiß nicht, was da in Berlin am Hauptbahnhof konkret anbrennt. Ich hatte jedenfalls nicht den Eindruck, dass das zu viele Leute waren. Also vor mir in der Schlange standen vielleicht so zehn Leute. Und es war Sonntagabend, ein klassischer Rückkehrabend. Also das kann irgendwie nicht sein. Ja, ganz schlimme Erfahrung. Allerdings hat eine Hörerin insbesondere mit Gesundheitsämtern gemacht. Die erzählt uns nämlich von einem Superspreader-Event. Die hat uns eine ganz lange E-Mail geschickt. Die haben wir jetzt ein bisschen zusammengekürzt. Ich lese die jetzt mal so ein bisschen in der Ich-Form vor. Das sind also jetzt die Worte dieser Hörerin ein bisschen gekürzt. Vor genau einer Woche war ich mit meinem Mann und unserer Tochter bei der Geburtstagsfeier meiner Schwester. Diese entpuppte sich nun als absolutes Superspreading-Event. Insgesamt waren circa 30 Gäste dort. Stand jetzt sind 19 Corona-positiv. Also zwei Drittel und eine Reihe Tests standen noch aus. Problem, sagt sie, bei den Gesundheitsämtern herrscht anscheinend immer noch ziemliches Chaos. Jetzt geht das Zitat weiter. Zuständig sind ja die Gesundheitsämter des jeweiligen Wohnorts. Nun waren auf der Feier Personen aus zig verschiedenen Wohnorten, sodass mehrere Gesundheitsämter zuständig sind. Alle gehen total unterschiedlich damit um. Und jeder Gast hat andere Informationen erhalten. Insgesamt war es so, dass uns sehr schnell klar wurde, dass es ein Superspreading-Event war. Drei Tage nach der Feier wurden wir vom Gastgeber darüber informiert, dass mehrere Personen Symptome haben. Einen weiteren Tag später lag privat übermittelt der erste positive Corona-Test vor. Die meisten Gäste haben sofort reagiert und sind zu Hause geblieben. Fußnote von mir jetzt, das ist natürlich freiwillig und verantwortungsbewusst. Das mussten die alle überhaupt nicht. Denn von den Gesundheitsämtern kam nichts. Zitat jetzt wieder. Das Gesundheitsamt hatte sich bis dahin überhaupt nicht bei uns gemeldet. Und wir haben dieses selbstständig kontaktiert. Testen lassen wollten sie uns aber nicht. Sie müssten erst mal priorisieren. Fast alle Gäste haben selbstständig am gleichen Tag einen Test organisiert. Leider sind dann fast alle Tests positiv geworden. Die Übermittlung der positiven Ergebnisse hat auch sehr lange gedauert. Ein bis zwei Tage in Berlin eher zwei bis drei. Und ein Gesundheitsamt hat den Gästen während dieser ganzen Wartezeit noch erzählt, sie können arbeiten gehen und würden ohne Symptome nicht getestet werden. Erst nach mehrfachen Anrufen eines Gastes mit Hinweis darauf, dass es nun sehr viele Fälle in Bezug auf diese Feier gibt, haben sie eingeräumt, dass es Sinn machen würde, jetzt alle zu testen. Zusammengefasst sagt sie, die Gesundheitsämter sind viel zu langsam. Ich kann nur allen raten, selbstständig aktiv zu werden, sowohl in der offenen Kommunikation mit den möglichen Infizierten als auch mit der Organisierung der Tests. Die Kooperation der Gesundheitsämter untereinander findet null statt, sagt sie. Die Fälle in Berlin interessieren mich nicht, sagt das Gesundheitsamt in MV, sagt sie. Und unsere Beispiel zeigt überhaupt keine retrospektive Verfolgung, kein Fokus auf Superspreading. Sogar das Gegenteil, sagt sie, Verharmlosung. Also das ist natürlich jetzt ein ziemlich vernichtendes Urteil. Wir haben das auch nicht nachprüfen können. Wir sehen aber jetzt irgendwie auch nicht, warum die Hörerin da einen vom Pferd erzählen sollte. Das klingt überhaupt gar nicht gut. Und ich denke, diesem Appell kann man sich nur anschließen, wenn es so ein privates Event gibt. Und es zeichnen sich erste Fälle ab, dann meldet euch, wenn ihr Gast wart, meldet euch beim Gastgeber. Und wenn man Gastgeber war, um Gottes Willen, informiere deine Gäste. Offensichtlich muss man bei dieser Kontaktverfolgung auch auf Privatinitiative setzen, weil die Behörden das doch noch nicht, jedenfalls nicht zuverlässig auf die Reihe kriegen. Dieselbe Hörerin meinte dann auch noch, gab auch noch Feedback zu der Corona-App, über die wir auch gesprochen hatten. Sie sagt, mein Mann und ich nutzen diese App. Unsere Corona-Tests haben wir dann gescannt, so wie du auch, Ulf, QR-Code auf dem Laborzettel. Und haben aber über die App bis jetzt kein Testergebnis mitgeteilt bekommen. Das Testergebnis liegt aber seit 48 Stunden vor. Also sie haben es gescannt, genau das, was wir letztes Mal auch gesagt haben. Kriegen über die App nichts, obwohl das Ergebnis vorliegt. Mein Mann ist positiv getestet, ich noch negativ, sagt sie. Meine App hat auch nach Einspeisung seines positiven, das finde ich besonders interessant. Das finde ich besonders spannend, ja. Also schreibt sie, meine App hat auch nach Einspeisung seines positiven Testergebnisses zunächst keine Warnung angezeigt, trotz Aktualisierung. Also im Sinne von Frau lebt neben Mann. Also das ist ja nun direkter Kontakt, das müsste die App ja dann mal melden. Ich habe dann bei der Hotline angerufen und das Problem gemeldet. Die Frau am Telefon konnte nichts machen. Ich solle mich in drei Tagen noch mal melden. Inzwischen ist jetzt allerdings die Warnung eingegeilen, etwa 36 Stunden nach dem positiven Testergebnis. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein, dass ein Mensch einen positiven Test meldet und die unmittelbare Kontaktperson, die sich jeden Tag, 24 Stunden, naja, okay, aber jedenfalls stundenlang in der unmittelbaren Nähe aufhält, dass diese Person nicht sofort eine Push-Nachricht bekommt. Das kann nicht wahr sein. Leider, aber auch nicht als Push-Nachricht hat sie diese Warnung oder hat sie diese Warnung bekommen, weil ihr Mann ja positiv ist, was sie erwartet hätte. Wenn man nicht in der App guckt, kriegt man das normalerweise nicht mal mit, sagt sie. Zum Warnung zusammenfassen würde ich sagen, die App ist total für den Arsch. Okay, also das können wir natürlich jetzt nicht so unterschreiben. Man muss sich auf solche Anekdoten hier so ein bisschen verlassen und das als Indiz werten, dass es da nicht Reibungsluft läuft. A, weil wir relativ viele dieser Meldungen bekommen und B, weil es keine große Alternative gibt. Es gibt keine unabhängige Möglichkeit, repräsentativ zu testen, wie funktioniert das eigentlich mit diesen Meldungen? Ja, wie schnell kriegst du da was und so weiter? Das ist wirklich schwierig. Selbst wenn man sich selber positiv testet und das meldet und bei seinen Kontakten kriegt, dann ist das im Zweifel wieder ein Einzelfall. Deswegen weisen wir da aber noch mal drauf hin, da ist offensichtlich einiges im Argen. Mir ist das so ein ganz kleines bisschen unlieb, das so stehen zu lassen. Also natürlich hat die Hörerin eine sehr schlechte Erfahrung gemacht und du hast es gesagt, wir sind auf diese Anekdoten angewiesen. Ich würde aber vor der Konsequenz warnen, dass man diese App jetzt nicht installiert, sondern ganz im Gegenteil. Ich würde damit zwei Appelle verbinden. Appell A, alle Menschen müssen verdammt noch mal diese App installieren. Nur dann kann das ganze System funktionieren. Und B, die Verantwortlichen für dieses App-System müssen einfach diese Probleme ernst nehmen und sich ernsthaft die Frage stellen, wo genau hakt es, dass ein positives Testergebnis nicht sofort rausgepusht wird. Genau, weil die App schadet ja nicht. Also man muss die installieren und man hat sie und sie schadet auf gar keinen Fall. Wir verlangen nur, dass sie mehr liefert, als sie tut. Ja, und ich meine, hier haben wir im Grunde fast schon Laborbedingungen. Perfekte Nähe zwischen zwei Handys, die sich ständig begegnen. Das ist aus Sicht dieser Kontaktverfolgung per App der absolute Idealfall. Und wenn da diese Warnung nicht funktioniert, dann muss man einfach sagen, dann liegt irgendwas richtig im Argen. Deswegen, liebe App-Betreiber, liebes Bundesgesundheitsministerium, nebst Vertragspartnern T-Systems und SAP, bitte guckt da noch mal hin. Denn wir sehen es ja, ob das jetzt noch die erste Welle ist, die wieder angeschwollen ist oder ob wir die zweite Welle haben, ist letztlich wurscht. Wir sehen jedenfalls, es gibt eine große Corona-Welle. Und wir brauchen einfach eine vernünftige Kontaktnachverfolgung. Die Gesundheitsämter schaffen es nicht. Auch das sieht man sehr deutlich. Insofern denke ich, sind wir einfach als Gesellschaft auch auf diese App angewiesen. Und die muss einfach funktionieren, wenn sie schon so unter Laborbedingungen quasi mal probiert wird. Wir haben das letzte Woche nur recht kurz angesprochen, weil es damals noch recht frisch war. Aber auch Donald Trump war Covid erkrankt. Mittlerweile ist er angeblich wieder schon gesund. Also hier das Wichtigste in Kürze, hätte ich fast gesagt. Freitag, als wir die Lage aufgenommen haben, wurde er also mit Covid ins Militärkrankenhaus eingeliefert. Wurde dort mit zahlreichen, zum Teil recht experimentellen Medikamenten behandelt. Und einige von diesen Medikamenten sind bisher zumindest nur für schwere Verläufe vorgesehen worden. Dann stellte sich irgendwann der behandelnde Arzt vor die Presse und sagte, ja, also wir haben hier Herrn Trump, aber im Prinzip alles super, gute Laune. Er eiert halt bei der Frage rum, ob der Präsident mit Sauerstoff, wie gesagt, man behandelt wurde und versorgt wurde. Und dann sagt er immer so was wie, an diesem Morgen wurde Herr Trump nicht mit Sauerstoff versorgt. Und die Nachfrage, ja, aber wie war das denn gestern? Ja, an diesem Morgen wurde er nicht versorgt. Also er eierte da ziemlich rum. Und danach kam dann halt der Stabschef Mark Meadows zur Presse und sagte so im sinngemäß, hey Leute, können wir uns mal kurz unterhalten hier im Hintergrund? Und alle so, ja, gerne im Hintergrund. Und dabei übersah aber der Stabschef, dass einige Kameras noch auf live geschaltet waren und erzählte also, wie die Lage mit Donald Trump wirklich ist. Und da zeichnete er durchaus ein anderes Bild. Das ist, glaube ich, seine Worte, ernster Zustand und alles doch nicht so rosig, woraufhin Donald Trump einen Wutausbruch kriegt, weil die Wahrheit doch irgendwie rausgekommen ist. Und am nächsten Tag stellte sich der Arzt dann noch mal vor die Kamera und sagte, ja, es war tatsächlich ein bisschen ernster, als ich das erst geschildert habe. Sauerstoffsättigung war durchaus mal im besorgniserregenden Bereich. Und ja, Sauerstoff hat er auch bekommen. Frage, warum führte die Öffentlichkeit in die Irre? Zitat, sinngemäß, na ja, ich wollte hier keine schlechte Laune verbreiten, weil das auch das Virus positiv beeinflussen kann. Sprich, Donald Trump hatte seinem Leibarzt gesagt, er soll die Öffentlichkeit schon in die Irre führen, zumindest im Unklaren über die wahre Lage lassen. Montag ist dann Trump aus dem Krankenhaus raus mit wirklich bizarren Hubschrauber-Videos begleitet, auf dem Rasen vom Weißen Haus gelandet. Und nun ist er also wieder da. Ja, und hat zwar den Hubschrauber noch mit Maske verlassen, aber noch auf den Stufen des Weißen Hauses die Maske abgenommen. Und das als aktiv erkrankter Covid-Patient, wo man sich auch nur noch wohnen kann. Die Episode, finde ich, zeigt natürlich einiges. Mir ist beim Beobachten, finde ich, klar geworden, oder beziehungsweise ich fand sie halt signifikant, weil diese ganze Episode zeigt, wie dieses kranke System Trump funktioniert. Donald befiehlt seinen Untergebenen zu lügen, die Unwahrheit zu erzählen. Der Arzt erzählt Märchen. Und der Arzt steht eben stellvertretend für dieses ganze System, für die republikanische Partei, die sich Trump komplett unterworfen hat und macht, was er sagt. Und sei es, Lügen zu verbreiten. Und nur so kann dieses System funktionieren. Weil es eben Leute gibt, die nicht sagen, ich erzähle nicht so einen Quark. Und dein Gesundheitszustand ist nicht deine Privatangelegenheit, sondern du bist Präsident. Und wir müssen die Öffentlichkeit wahrheitsgemäß informieren. Nur, weil diese Leute dort mitspielen. Und ja, der Arzt war sein Untergebener. Er ist Militärarzt. Und Trump ist der Oberbefehlsteiler bei Truppen. Aber trotzdem funktioniert dieses System nur, weil es solche Leute gibt, die da mitspielen. Ja, das ist, finde ich, eine ziemlich traurige Episode aus diesem System. Trump, vor allem weil Donald natürlich so, wie das jetzt kommuniziert hat, im Prinzip sich außerordentlich kontraproduktiv auswirken würde auf die weitere Entwicklung der Pandemie in den Vereinigten Staaten. Er hat ja von vornherein so die Strategie gefahren, das alles irgendwie runterzuspielen und das Risiko eher zu unterschätzen. Jetzt ist er mit einer außerordentlichen Therapie vermutlich tatsächlich relativ glimpflich davongekommen. Jedenfalls Stand heute. Er kann natürlich noch einen Rückfall erleiden. Also richtig heikel werden die Covid-Fälle ja eher so um den Tag 10, 11. An dem ist er wohl noch nicht. Ich glaube ihm kein Wort. Du glaubst ihm kein Wort? Du glaubst, er war nicht krank? Das glaube ich schon. Ich glaube, er war krank. Aber ob der jetzt völlig über den Berg ist, weil er das behauptet und weil seine Ärzte das behaupten? Also wie gesagt, normalerweise sind die heiklen Tage, sind so die Tage so 9, 10, 11 circa. Da dekompensieren viele Menschen. Viele Patienten haben sogar vorher das Gefühl, es geht ihnen besser. Also bin ich bei dir, Philipp. Rein medizinisch betrachtet, auch wenn wir beide keine Ärzte sind, ist es tatsächlich so, dass da noch eine Menge passieren kann. Aber selbst wenn er jetzt tatsächlich über den Berg sein sollte, glaube ich, hat er damit im Wesentlichen der Bekämpfung der Pandemie einen Bärendienst erwiesen. Denn er hat dazu fast schon aufgerufen, diese Krankheit eben nicht so ernst zu nehmen, wie sie ernst zu nehmen ist. Und dabei hat er auch völlig ausgeblendet, dass er natürlich eine außerordentlich gute Gesundheitsversorgung bekommen hat. Und dass in einem Land, wo einfach nennenswerte Teile der Bevölkerung nie überhaupt keine Krankenversicherung haben. Weil die Republikaner insbesondere das auch bekämpfen, dass es überhaupt sowas gibt wie eine Pflichtversicherung. Also er hat es ja getwittert. Lasst euer Leben nicht von Corona bestimmen. Okay, also wenn man so eine Gesundheitsversorgung hat wie er, dann mag das eine Strategie sein. Aber wenn man natürlich keine Krankenversicherung hat oder zu irgendwelchen Hochrisikogruppen gehört, dann ist das, glaube ich, keine Option. Und die ganze Unfähigkeit dieses weißen Hauses wird halt auch dadurch dokumentiert, dass ja nicht nur Trump krank geworden ist, sondern große Teile seines Stabes sind ja positiv getestet worden. Und es gibt bisher, so wie ich das in den York Times gelesen habe, keine wirklich messbaren, spürbaren Unternehmungen, um Kontaktrückverfolgung zu machen. Also es gab dieses eine Event, wo halt Amy Cohen Barrett gefeiert wurde. Also das ist ehrlich, das ist jedenfalls eine naheliegende Superspreader-Situation gewesen, weil da einfach sehr viele von den Menschen, die jetzt positiv getestet worden sind, anwesend waren. Das war zwar draußen, aber es gab im Vorfeld Zusammentreffen auch im Weißen Haus. Und die Menschen saßen da draußen in ganz eng gedrängten Reihen, als man eben diese Richterkandidatin vorgestellt hat. Und insofern ist es nicht ganz unplausibel davon auszugehen, dass das tatsächlich dazu geführt hat. Denn da saßen die Leute fast alle ohne Maske. Wenn man sich die Fernsehbilder anguckt, völlig unverantwortlich. Sie waren ja hinterher dann auch noch im Weißen Haus, haben sich umarmt und so. Also da kommt doch eine ganze Menge zusammen, was die Probleme dieser Regierung offenbart und wie unter einem Brennglas zeigt. Jetzt ist so ein bisschen offen, Die nächste Debatte, die TV-Debatte zwischen Biden und Trump sollte, glaube ich, am 12. oder 15. Oktober stattfinden. Und dieses unabhängige Komitee zur Organisierung dieser Debatten hat wohl beschlossen, das virtuell durchzuführen. Trump ist dagegen. Man wird sehen, wie das dann verläuft. Apropos Donald Trump. Da haben wir uns noch eine ganze Menge Fragen gestellt. Unter anderem nämlich zum Beispiel, ob er das Weiße Haus friedlich verlassen wird, sofern er die Wahl verliert. Und ob er überhaupt eingestehen wird, die Wahl verloren zu haben. Oder wird er möglicherweise sogar die Auszählung sabotieren? Welchen Schaden an der amerikanischen Demokratie hat Donald Trump heute schon angerichtet? Über diese Fragen und auch generell über das schwierige Verhältnis zu den Vereinigten Staaten von Amerika haben Philipp und ich heute Morgen mit Norbert Röttgen gesprochen. Im Bundestag. Im Deutschen Bundestag waren wir zu Gast. Norbert Röttgen ist Jahrgang 1965 schon seit den frühen 80ern in der Union aktiv. Zunächst in der Jungen Union, hat dann eine juristische Ausbildung gemacht. Abgeschlossen 1993 mit einer Promotion, also einer Doktorarbeit zur Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs. Schon seit 1994 war er Abgeordneter im Deutschen Bundestag mit nicht mal 30 Jahren. Hat dann später im Bundestag unter anderem die erste große Koalition maßgeblich mitorganisiert. War später dann Umweltminister unter der schwarz-gelben Koalition, unter der Führung von Angela Merkel. Merkel zugleich aber auch Landesvorsitzender in Nordrhein-Westfalen. Der CDU hat dann die Landtagswahl 2012 dort verloren, wurde daraufhin von Merkel als Umweltminister entlassen. Eine viel kritisierte Entscheidung, auch in der Union viel kritisiert. Daraufhin hat er sich neu erfunden, quasi als Außenpolitiker. So ist er seit 2014 Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Deutschen Bundestages und außerdem stellvertretender Vorsitzender der Atlantikbrücke, eines Vereins, der sich für den Dialog zwischen Deutschland, Europa und den USA einsetzt. So und als Außenpolitiker haben wir halt heute auch mit ihm vor allen Dingen gesprochen. Aber bevor wir mit ihm über Trump und die USA gesprochen haben, ging es vor allen Dingen darum, wie Deutschland auch mit Russland umgehen soll. Also wir wissen das alle. Die Annexion der Krim, Abschuss der Passagiermaschine über der Ukraine, an der Russland mindestens maßgeblich beteiligt war durch Waffenlieferungen, die Novichok-Angriffe auf den ehemaligen Agenten Skripal in Großbritannien und jetzt eben die Vergiftung mit Novichok des Oppositionellen Alexej Nawalny, der gerade noch in Berlin in Reha ist. Und unsere erste Frage an Norbert Röttgen war, ist es langsam mal gut? Muss man nicht aufhören, langsam mit Russland zu reden? Also Sie haben ja auch da jetzt nur zwei Fälle herausgenommen. Man könnte auch die prominenten Fälle noch weiter ergänzen natürlich. Frau Politowska ja, die eine kritische Journalistin war, nicht zu vergessen. Boris Nemtsov, der erschossen wurde. Und das sind ja nur die Bekannten, das sind die Prominenten über die Namenlosen, die in Gefängnissen verrecken und liegen. Und alle anderen reden wir ja nicht. Trotzdem glaube ich... Tiergartenmord nicht zu vergessen, jetzt vor dem Kammergericht. Genau, also ich wollte nur darauf hinweisen, dass es jetzt nicht um drei Fälle geht, sondern es geht um eine Vielzahl von prominenten Fällen, die aber wiederum nur ein Bruchteil natürlich der nicht Prominenten, der Namenlosen ist, die ermordet werden, im Gefängnis sitzen, ohne Anklage und so weiter. Aber Sie haben ja gefragt, ist dann die Konsequenz, dass wir nicht mehr sprechen mit Russland? Zum Beispiel? Das war Ihre Frage. Und das halte ich für falsch. Russland ist eine Realität. mit der wir sprechen müssen. Denn durch Nichtsprechen wird nichts besser, sondern alles schlechter. Man muss miteinander reden. Mein Plädoyer ist nur, dass wir wissen, mit wem wir reden. Also ist mein Plädoyer für Realismus. Auch, dass es dann Konsequenzen gibt aus bestimmten Verhalten. Das ist mein Plädoyer. Aber ich bin total gegen Gesprächsverweigerung. Das ist das Ende von Politik. Das können wir uns auch nicht leisten. auch, weil Russland eine Realität ist. Auch, weil Russland Probleme erzeugt, deren Lösungen wiederum nur mit Russland möglich sind. Ob das nun in Europa ist, in der Ukraine oder ob das im Mittleren Osten ist, in Syrien oder in Libyen. Russland ist eine Realität. Aber wir müssen sie realistisch sehen und daraus unsere Politik ableiten. Aber Politik machen sollten wir unbedingt. Aber was heißt denn das dann? Also wie kann denn Deutschland auf sowas reagieren? Ich habe den Tiergartenmord angesprochen. Das Verfahren hat jetzt begonnen vor dem Kammergericht. Die Beweise, so wie sie die Staatsanwaltschaft vorgelegt haben, so wie man das kennt, weiß, deuten schon sehr darauf hin, dass dieser Mord an einem Georgier von Russland beauftragt wurde. Am helllichten Tag unter Zeugen im Tiergarten. Nawalny haben wir angesprochen. Auch europäische Institutionen haben jetzt nachgewiesen. Novichok war es. Novichok gibt es eigentlich nur richtig in Russland und von staatlichen Seiten beaufsichtigt. Wie soll Deutschland reagieren? Deutschland sollte in unterschiedlicher Weise reagieren. Erstens sollte Deutschland dafür sorgen, dass Europa reagiert. Dass wir mit dem, was wir tun, ein Teil der europäischen Reaktion sind. Das ist durchaus etwas eher Neues, nicht vollständig. Die Sanktionen, die in der EU beschlossen worden sind, als Reaktion auf die Annexion der Krim und das militärische Eindringen der Ostukraine sind ja europäische Sanktionen. Aber es gibt auch immer sozusagen den Ansatz, es bilateral zu machen und nicht europäisch. Die Vergiftung von Nawalny hat ein europäisches Momentum erzeugt. Und es hängt ganz stark wieder an Berlin, an Deutschland, ob es wahrgenommen wird oder ob man es verstreichen lässt. Das Zweite nach der Reaktion, Ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir unterscheiden, dass das, worüber wir reden, zum einen schreckliche Einzelfälle sind. Es sind ja einzelne Menschen, die vergiftet werden oder auch sterben und die als Einzelschicksale auch bearbeitet werden müssen. Also der Fall des Tiergartenmords ist jetzt ein Justizfall, es ist eine Anklage wegen Mordes, nehme ich an, die erhoben wird. Der Fall Nawalny ist insofern als Einzelfall behandelt worden, als in Deutschland die medizinische Versorgung, Pflege und hoffentlich Gesundung von Alexei Nawalny eingetreten ist. Das andere ist, dass wir uns nicht täuschen lassen, als handele es sich nur um einen Einzelfall. Es wird eben darin ein Politikmuster sichtbar. Es ist ein menschenverartendes Politikmuster, das in der Unterdrückung nach innen besteht. Diese Vergiftungen werden ja auch als Art der Ermordung gewählt, die öffentlich und langsam vor sich geht, damit man durch das Sterben die eigene Bevölkerung und diejenigen, die vielleicht dem Ermordeten nacheifern wollen, nämlich Opposition zu machen, ihre Meinung frei zu äußern, Demokratie zu verlangen, dass man die einschüchtert. Es ist also eine Methode der Einschüchterung, indem man Exempel statuiert. Und das Gleiche, was mit Gewalt im Inneren vollzogen wird, ist auch ein Muster der Außenpolitik. Jenseits der Grenzen wird mit Mitteln der Gewalt Macht ausgedehnt. Sowohl in Europa wie im Nahen Osten. In Syrien führt Russland völkerrechtswidrig Krieg gegen Zivilisten an der Seite von Assad. Es wird nun geografisch ausgedehnt bis nach Libyen das Tor zu Europa, um Europa damit destabilisieren zu können. Und genauso wird an einem Gürtel der westlichen Staaten, also von Russland aus betrachtet, der westlichen Staaten von Georgien, Moldau, Ukraine, jetzt Belarus, wird eine Zone ohne russischen Einfluss ausgedehnt auf diese Staaten, denen man die Selbstbestimmung verweigert. Das heißt, wir müssen das Muster sehen, das ist wichtig, wir müssen es so kommunizieren und dann auch als solches behandeln, nicht als Einzelpersonen. Aber was wären denn die Taten? Also Beispiel, es gibt diese Nord Stream 2 Pipeline, die kurz vor der Fertigstellung ist. Da fehlen noch ein paar Meter Rohr und dann kann Gas geliefert werden an der Ukraine vorbei, an Polen vorbei, nach Deutschland. Soll man das stoppen? Meiner Meinung nach ja. Ich habe es, das muss ich allerdings sagen, immer für ein verfehltes Projekt gehalten, weil es immer ein politisches Projekt war. Es hatte immer die Absicht, die Gasleitungen, die jetzt über Land gehen und damit notwendigerweise auch über die Ukraine, zu ersetzen durch eine Seeleitung, damit man nicht mehr die Ukraine braucht für Gasexport, sondern es durch die Ostsee leiten kann das Gas, was wiederum zur Folge hat, dass man die Ukraine, Russland, die Ukraine von der Erdgasversorgung abschneiden kann und damit durch Erdgaspolitik die ganze Ukraine und nicht nur die Ostukraine destabilisieren kann. Das war immer das, was das Projekt Nord Stream 2 ausmacht. Es hat nichts mit Erdgasversorgung in Deutschland zu tun. Wir brauchen keine weitere Pipeline, sondern um dieses Projekt ging es. Dass man dieses Projekt ein Jahr gemacht hat, nachdem Russland die Krim annektiert hat, war schon ein schwerer Fehler, weil es bei Wladimir Putin die Meinung mit bestärkt hat, ich kann mir alles erlauben. Anschließend macht Europa und machen europäische Unternehmen mit mir Geschäfte. Und darum glaube ich, wenn wir jetzt unserer berechtigten Empörung über die menschenverachtende Vergiftung von Nawalny wirklich entgegentreten wollen als Handlungsmuster, dann muss es in einer Weise geschehen, die Putin auch ernst nehmen kann. Wenn ein paar Geheimdienstmitarbeiter jetzt sanktioniert werden, das interessiert ihn überhaupt nicht. Der Dreh- und Angelpunkt ist darum, das Geschäft Nord Stream 2 und wenn wir jetzt nach der Empörung in einem halben Jahr die Einweihungsfeier für Nord Stream 2 machen, mit Gerhard Schröder bestimmt als Festredner. Dann sagt Putin, guck mal, ich kann meine Machtpolitik genau mit diesen Mitteln ausdehnen und am Ende machen wir eine Einweihungsfeier für mein politisches Projekt, die Ukraine zu destabilisieren. Dann werden wir nicht ernst genommen, dann setzen wir dieser Politik nichts entgegen mit all den Folgen, die es hat. Ein Stopp des Projekts Nord Stream 2 würde auf der anderen Seite des Atlantiks sicherlich mit einigem Wohlwollen betrachtet. Gleichwohl, denke ich, macht uns die Situation in den Vereinigten Staaten auch große Sorge. Nicht zuletzt aus dem Weißen Haus heraus werden oder wird die dortige Demokratie immer wieder destabilisiert. Es werden aus deutscher Perspektive, denke ich, doch Todsünden begangen gegen die demokratische Kultur. Also indem zum Beispiel Journalistinnen und Journalisten systematisch diskreditiert werden, indem nicht eindeutig sich dazu bekannt wird, von Seiten Donald Trumps das Ergebnis einer Präsidentschaftswahl auch tatsächlich hinzunehmen. Welche Möglichkeiten hat Deutschland denn die Demokratie in den USA zu stärken? Diese Aufgabe müssen die Amerikaner erfüllen. Die Demokratie ist auch stark. Sie beschreiben die Angriffe auf die Demokratie. Zum Beispiel, wenn gesagt wird, wenn ich verliere, Donald Trump, dann kann das nur Betrug sein. da kann man sagen, das ist zum einen die vorausschauende Begründung dafür, dass ich in Wahrheit unbesiegbar bin und wenn ich trotzdem verliere, lag es nicht an mir, sondern am Betrug. Man kann also sagen, das ist eigentlich eine, das ist die Kommunikation eines Narzissten, der nicht verlieren kann. Man muss aber in Rechnung stellen, dass es auch Anhänger, vielleicht auch militante Anhänger gibt, die das für wahre Münzen nehmen und daraus zur Verteidigung der Demokratie schreiten werden. Denn es war ja dann eine gestohlene Präsidentschaft durch Betrug. Gehen Sie davon aus, dass das passiert, wenn er verliert? Davon kann man nicht, also das ist, das weiß ich nicht und ich hoffe es natürlich nicht, aber dass diese, wenn das durch den, sagen, wenn das durch, dass es Aggression gibt, so würde ich mal sagen, und dass es Polarisierung, dass es Hass gibt, das ist das Eigentliche, was ich beobachte, was sich auch im amerikanischen politischen System übrigens schon vor Donald Trump eingeschlichen hat. Dieser starke Antagonismus zwischen den Parteien. Das ist freundlich formuliert, der starke Antagonismus, das Hass, ja es stimmt, aber es ist eben noch mehr, es ist Hass, es ist Hass, es ist Aggression, es ist, ich kann nicht akzeptieren, wenn der andere gewinnt, ich kann auch im Kongress mit denen keine Kompromisse mehr machen. Das ist der eigentlich besorgniserregende Zustand, der auch ja ausgedrückt wurde und sichtbar wurde in dem ersten Fernsehduell zwischen Trump und Biden. Das sind ja die beiden Männer, die sich um das mächtigste Amt der Welt bewerben, immer noch. und das System dort ist nicht in der Lage und auch eine TV-Debatte ist nicht in der Lage sicherzustellen, dass auch nur über ein einziges Thema mal sachlich gesprochen wird. Demokratie lebt aber von Diskurs, von Diskussion, von Argumenten. Das wird alles beseitigt. Und das, wenn ich das noch sagen darf, ich glaube trotzdem, wir haben, es gibt eine starke Demokratie in den USGA, es gibt eben Widerstandskräfte, und das ist eben immer noch der Unterschied. Am 3. November haben die amerikanischen Wählerinnen und Wähler eine Entscheidung und das ist in den wenigsten Ländern dieser Welt der Fall. Angenommen, also Joe Biden gewinnt, es findet ein einigermaßen friedlicher Machtwechsel statt, eine Machtübergabe. Was wird der dauerhafte Schaden sein, den Trump angerichtet hat? Dass Trump möglich war. Was heißt das? Es war ja, dass er durch eine Wahl ins Amt gekommen ist, obwohl, das muss man ja mal fairerweise sagen, also mehr oder weniger das, was dann kam, von Trump vorher gesagt wurde. Trump war, wenn man, das muss man mal in Rechnung stellen, dass das, was Trump ist, das hat Trump nicht wirklich verheimlicht vorher. was man von ihm erwarten könnte, es war noch nie da, darum zu sagen, die Unberechenbarkeit und alles, was wir gesehen haben, auch direkte Angriffe auf Journalisten, auf die Presse und so weiter, das war noch nie da, das heißt, das Erleben war vielleicht ein erstmaliges, aber was von ihm zu erwarten war, so mehr oder weniger, darüber hat er keine großen Geheimnisse vorher gemacht und dass das möglich war, das und wie es sich dann vollzogen hat, das glaube ich, Lö hat einen Vertrauensschaden in die USA, wenn ich es von außen betrachte, in die USA ausgelöst, der die Amtszeit von Donald Trump überdauern wird. Damit sind wir ja im Grunde wieder bei der internationalen Bühne angelangt, durchaus auch bei den Optionen Deutschlands. Sie haben eben sehr vehement dafür geworben, Wladimir Putin auch Grenzen aufzuzeigen, haben dezidiert davor gewarnt, ihm Dinge einfach gleichsam durchgehen zu lassen. Ich möchte jetzt Donald Trump und Putin nicht direkt vergleichen, aber auch Donald Trump hat auf der internationalen Bühne, denke ich doch, für einige Verwerfungen gesorgt, mal ganz vorsichtig formuliert, denken wir an den Deal mit dem Iran, den er aufgekündigt hat, denken wir an seine generelle Skepsis gegenüber multilateralen Vereinbarungen. Wäre es nicht auch hier an der Zeit, aus einer deutschen Perspektive klarere Kante zu zeigen für multilaterale Ordnungen, für das Einhalten von Verträgen zum Beispiel und wie kann das konkret aussehen? Also zunächst nochmal möchte ich unterstreichen, was Sie sagen. Es ist legitim, gegen Multilateralismus zu sein. Man kann sagen, es ist ziemlich dumm und es entspricht nicht der Lage der Welt und der Lösung und wie man Probleme lösen kann, aber es ist legitim. Es ist sogar legal. Absolut. Also es gibt einen legalen Rahmen gegen multilateralismus. Ich muss eben keinen Vertrag schließen. Es ist aber weder legal noch legitim, Menschen zu vergiften. Deswegen habe ich diesen Unterschied ja auch gemacht. Ja, ich wollte ihn nur nochmal unterstreichen, worin er besteht. Man darf auch das Atomabkommen mit dem Iran kritisieren und für falsch halten. Das wollte ich so. Aber es ist trotzdem nicht unsere Politik, sondern unsere Politik ist die, dass die Welt, die immer näher zusammenrückt, die immer abwechselseitig abhängig voneinander wird, immer interdependenter, wie man sagt, dass diese Welt ja auch eine Einladung zur Offenheit ist, zum Austausch mit riesigen Möglichkeiten, die noch nie vorher bestanden, aber auch mit enormen Gefahren, die damit verbunden sind. Und dafür braucht man Umgangsformen, dafür braucht man Regeln des Umgangs und darum ist die deutsche Politik auf das Multilaterale, also auf die Kooperation und eine Regelorientierung ausgerichtet. Das müssten wir, glaube ich, noch viel stärker praktizieren. Bundesaußenminister Maas hat ja eine Initiative für den Multilateralismus gestartet, hat viele Länder damit darunter auch versammelt. Jetzt gilt es, glaube ich, das, was wir für richtig halten, auch mit Inhalt zu füllen, in ganz unterschiedlichen Ansätzen und Bereichen. Das halte ich für wichtig. Ja, das war ein sehr, sehr anregendes Gespräch mit Norbert Röttgen. Was wir jetzt gespielt haben, war nur ein relativ kurzer Ausschnitt daraus. Wir waren ja im Deutschen Bundestag eingeladen und dachten, wenn wir da schon hinfahren und ein Interview aufnehmen, dann wollen wir auch nicht nur 15 Minuten reden. Also man muss sagen, wir hatten ihn um das Interview gebeten, wir hatten angefragt und dann hieß es halt, ja, können wir machen, aber dann kommt doch vorbei. Genau, da haben wir uns gedacht, wenn wir da schon hinfahren und eine richtige Interviewsituation aufbauen und so, dann wollten wir auch nicht nur 15 Minuten reden. Haben deswegen so eine gute Stunde aufgenommen, aber das ist natürlich zu viel für eine Lagefolge und deswegen haben wir uns überlegt, wir machen aus diesem langen Interview mit Norbert Röttgen, aus dem wir jetzt einen Ausschnitt gespielt haben, quasi nochmal ein Dankeschön für die Menschen, die uns mit einem Abo unterstützen. Das heißt, das vollständige Interview gibt es dann im Laufe des Wochenendes für unseren Plus-Kanal, erscheint wahrscheinlich morgen oder so, aber es kommt auch noch für alle anderen irgendwann mal im freien Kanal. Mal gucken. Wir haben also noch viele Themen angesprochen, nicht nur Russland und USA, sondern wir haben auch noch über Julian Assange geredet, über Röttgens Pläne für Klimaschutz, ja, weil er ja auch um den Vorsitz der CDU kandidiert und damit ja auch ein potenzieller Kanzlerkandidat ist, also über seine Pläne für Steuerreform, für Klimapolitik und so, also wir haben da eine ganze Reihe von Politikfeldern abgekrascht. Vermögens, Steuer, ja oder nein. Und das war wirklich, muss man sagen, also es hat Spaß gemacht, das war, wir waren uns nicht immer einer Meinung, aber das war eine interessante Debatte. Ja, das muss man sagen, es war ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Ich hatte auch von einer Freundin noch den Tipp bekommen, die mit ihm in seiner Eigenschaft als Anwalt zusammengetroffen war, dass sie dann einfach ein total spritziger, intelligenter Mensch, den solltet ihr mal interviewen und kann ich nur unterschreiben. Das war ein schönes Interview, wie gesagt, könnt ihr euch im Plus-Kanal anhören ab wahrscheinlich Samstag oder Sonntag und wir veröffentlichen das dann wie immer irgendwann auch noch für alle Menschen auf dieser Welt. Es kamen mal wieder ein paar Kommentare auch in dem Forum mit dem Wunsch, ein Thema aufzugreifen, was wir auch schon so ein bisschen auf dem Zettel hatten und zwar ist das ein Thema, was schon Monate, jetzt ein Jahr oder so beginnt aufzuköcheln und jetzt diese Woche ordentlich Fahrt aufgenommen hat. Also wir reden von der Autobahn, nämlich seit Jahren protestieren Leute, Menschen im Danneröder Forst, 20 Kilometer östlich von Marburg mitten in Deutschland und der Grund ist eben der geplante Weiterbau der Autobahn A49. Wie gesagt, seit dem Jahr hocken die Leute da schon im Wald und protestieren und haben Baumhäuser und vor einer Woche haben jetzt eben die Rodung begonnen. Also am 1. Oktober gibt es wohl so eine Rodungssaison, darf man halt nicht roden, wenn die Vögel brüten, also ist im Herbst Rodungssaison bis zum Frühjahr und da werden jetzt also Bäume gerodet, um diese A49 weiterzubauen. Was ist das für eine Autobahn? Ja, diese Autobahn A49 ist tatsächlich so eine Art Dauerbrenner, die ist schon seit den 60er Jahren immer mal wieder in irgendwelchen Planungsdokumenten vorgekommen. Die Idee dabei ist, dass sie Kassel und Gießen, also zwei Überzentren im Bundesland Hessen direkter verbinden soll. Insgesamt soll diese Trasse mal knapp 62 Kilometer lang sein, aber eben nicht parallel zu den existierenden Autobahnen, also natürlich kann man auch heute schon von Kassel nach Gießen über eine Autobahn fahren, aber da fährt man quasi über Eck, muss man über so ein Autobahnkreuz und diese Autobahn soll jetzt quasi eine direkte Verbindung darstellen. Für die Mathefreaks die Hypotenuse in diesem Dreieck und das Ganze ist seit den 60er Jahren schon geplant. Insgesamt soll sie jetzt eigentlich 2024 in Betrieb gehen, aber wie das immer so ist mit Infrastrukturprojekten, Klagen hatten den Ausbau massiv verzögert. Erst im Juni diesen Jahres hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig nun entschieden, dass die A49 gebaut werden darf. Eine Population von Kamm-Molchen hatte außerdem schon vor etwa 15 Jahren die geplante Streckenführung geändert. Das war wahrscheinlich wieder so ein Fall, Philipp, von Flora, Fauna, Habitat. Ja, das weiß ich nicht genau, ob es jetzt ein Flora, Fauna, Habitat-Gebiet war, aber es war halt einfach eine bedrohte Tierart, die dort vorgefunden wurde und dann darf halt nicht einfach alles abgeholzt und mit einer Autobahn bebaut werden. Also insgesamt geht es bei dieser ganzen Streckenverendung, also es ist ja eine Verendung, es gibt schon Teile im Norden und im Süden und sie soll jetzt halt verendet werden und da geht es insgesamt darum, dass für die Trasse 85 Hektar Wald gefällt werden sollen und das ist aber auch nach Auskunft der Betreibergesellschaft, die die Autobahn baut, die Deges, sind aber auch Ersatzmaßnahmen vorgesehen, also insgesamt 750 Hektar, also 85 Hektar Wald sollen gefällt werden, 750 Hektar sind als Ausgleichsmaßnahme vorgesehen, also die werden da neu gepflanzt, unter anderem soll es eben auch einen naturwahl nahen Wald geben, der entstehen soll, so und von diesen 85 Hektar Wald, die für die Trasse gefällt werden sollen, sind eben 27 Hektar in diesem Danneröder Forst. Mit der Rodung ist zwar insgesamt jetzt begonnen worden, aber im Danneröder Forst noch nicht und dieser Danneröder Forst ist halt ein besonderer Wald, weil er ist halt zum Teil 250 Jahre alt, Mischwald und gilt halt so als wegen seiner nachhaltigen Forstwirtschaft und der gesunden Bäume als besonders wertvoll, ist im Privatbesitz und es soll von dieser ganzen Trasse drei Kilometer durch diesen Forst gebaut werden. Ja, vielleicht noch mal ganz kurz, dass man sich das so ein bisschen besser vorstellen kann. Wir haben auch ein Bild übrigens. Ja, für die Menschen, die eine richtige Podcast-App einsetzen, gibt es ein Kapitelbild, wo man sich diesen Forst mal anschauen kann. Apropos Podcast-Apps, an dieser Stelle der kleine Tipp, sich eine richtige Podcast-App runterzuladen. Wir wissen, man kann uns auch zum Beispiel in Spotify hören. Nichts gegen Spotify, wunderbar, aber für Podcasts eben doch nicht so ganz optimal. Also gönnt euch für ein optimales Hörerlebnis lieber eine richtige Podcast-App. Da gibt es ganz viele. Für iOS empfehlen wir immer Overcast, einfach weil die wunderbar funktioniert mit der Lage zusammen, aber es gibt natürlich noch viele andere, auch für Android ganz gute Apps. Insofern gönnt euch eine richtige App, gerade wenn ihr mit Spotify hört, man kann natürlich hören, aber die vielen Bonus-Features, die wir so haben, Kapitelmarken, dass man also Themen direkt anspringen kann, Bilder angucken und so, das geht häufig mit anderen Apps, mit nicht dezidierten Podcast-Apps nicht so richtig gut. Ja, was ich noch ganz kurz sagen wollte, 27 Hektar, damit man sich das so ein bisschen vorstellen kann. Also ein Hektar ist ein Quadrat von, oder ist eine Fläche von 10.000 Quadratmetern und das entspricht zum Beispiel einem Quadrat von 100 Metern Kantenlänge. Ja, also eine Fläche von 100 mal 100 Metern sind 10.000 Quadratmeter und ist ein Hektar. Das heißt, 27 Hektar kann man sich vorstellen, das wäre zum Beispiel eine Fläche, die 2,7 Kilometer lang ist und 100 Meter breit. Das wäre ein Beispiel für ein 27 Hektar Stück. Also 27 mal 100 Meter lang, 2,7 Kilometer und dann noch 100 Meter breit. Aber wahrscheinlich ist diese Fläche nicht genau rechtergift. Also jetzt gibt es halt diese massiven Proteste gerade, weil diese Rodung eben begonnen hat. Da sind hunderte von Politisten im Einsatz. Menschen haben sich Baumhäuser gebaut und Gerichte haben auch entschieden, das ist okay. Also Hambi lässt grüßen, so ein bisschen wie im Hambacher Forst. Es wurden in Gießen auch Autos beschädigt und so. Also das wird jetzt wohl die nächsten Wochen so weitergehen, dass dort geräumt wird, dass Menschen wieder neu besetzen. Und da ist natürlich so ein bisschen die Frage, was soll das Ganze? Ich habe eben noch mal nachgeguckt, wenn du heute von Kassel nach Gießen fährst, sind das 147 Kilometer über die Autobahn. Über diese Ecke, über die A5. Genau. 147 Kilometer, stimmt das? Nee, 142. 142 Kilometer. Wenn du direkt fährst, also das ungefähr das, was dann die Autobahn sein wird. Sollen es 62 werden. Dann sind es 117, also das diese 62. Das ist das, was jetzt noch gebaut wird. Aber die direkte Verbindung sind 117 ungefähr. Das heißt, du sparst um die 30 Kilometer. 30, 40 Kilometer. Für 30, 40 Kilometer. Wow. Das sind auf der Autobahn 15, 20 Minuten, wenn es fließt. Also die Befürworter sagen, die Befürworter dieser Autobahn sagen, Abbau von Kapazitätsengpässen auf der A7 und der A5. Also das heißt, mehr Platz fürs Auto unterm Strich und Minderung der Unfallgefahr. Sind das denn so Unfallschwerpunkte? Das stand auf der Webseite von dieser Betreibergesellschaft. Außerdem weniger Belastung für die Dörfer, kürzere Fahrzeiten, Impulse für die Wirtschaft. Das ist das, was man sich erhofft. Die Gegner sagen, Zitat jetzt hier vom NABU-Landesvorsitzenden in Hessen, Gerhard Eppler, in Zeiten des Klimawandels passt es nicht mehr, weitere Autobahnen zu bauen und dafür zusammenhängende Waldgebiete zu opfern. Dann heißt es von der Bundestagsabgeordneten Bettina Hoffmann, wir Grüne halten den Bau der A49 von Anfang an für falsch, ergreift werden mit in die Natur einzustellen, wertvolle Wald- und Kulturlandschaft. Und die Bundesregierung, das muss man dazu sagen, hat sich auch verpflichtet, Landschaftsverbrauch zu reduzieren, auch in UNO-Erklärungen und so. Da ist das natürlich jetzt, wäre das eine Möglichkeit, damit anzufangen. Diese ganze Nummer ist auch politisch brisant, weil die Grünen vor so einem Spagat stehen. Im Bundestag hat die Bundestagsfraktion ein Moratorium gefordert, also einen Baustopp sozusagen für den Naubau von Autobahnen und auch von Bundesstraßen. Es solle grundsätzlich geprüft werden, ob diese wirklich notwendig sind und auch mit den Klimazielen vertragen. Und die Bundespartei hat sich auch gegen den Weiterbau der A49 ausgesprochen. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch an dieser Position Kritik, zum Beispiel vom FDP-Verkehrspolitiker Oliver Luxitsch. Den hatten wir neulich schon in der Lage, weil er den Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer gegrillt hat. Herr Luxitsch sagt zu diesem Thema, dass er wirft den Grünen eine Doppelmoral vor. Deutschland brauche Planungssicherheit und könne keine Rückfälle in grüne Spontipolitik gebrauchen. Die Grünen, so Herr Luxitsch, seien eine Partei der Autohasser. Der SPD-Fraktionsvize Sören Barthol sagte, die Grünen handelten populistisch. In den Ländern bauten grüne Verkehrsminister munter Straßen. Im Bundestag werde das Gegenteil gefordert. Denn das Pikante daran ist ja, dass die Grünen eben auch in der hessischen Landesregierung sitzen und dort im Land dem Ausbau der Autobahn zugestimmt haben. Im Koalitionsvertrag mit der CDU heißt es nämlich ziemlich eindeutig, die Maßnahmen A44 und A49 werden fertiggestellt. Sprich, die Autobahn soll zu Ende gebaut werden. Der grüne Minister in Hessen sagt, wenn wir, also die Grünen in Hessen, die Koalition verlassen würden, dann würde das nichts bringen, weil der Bund für den Bau der Autobahn zuständig ist. Ja, aber das steht so ein bisschen exemplarisch für das große Dilemma der Grünen. Hier sieht man das in der Verkehrspolitik theoretisch und auf dem Papier. Und wenn sie nicht Verantwortung tragen, wie eben zum Beispiel im Deutschen Bundestag, dann kritisieren sie solche Infrastrukturprojekte. Wenn sie aber konkret vor Ort Mitverantwortung tragen, dann machen sie eben doch mit, handeln im Grunde diametral grünen Grundwerten entgegen und reden sich das damit schön, dass ja sonst irgendwelche anderen PolitikerInnen genau dieselben Fehler machen würden. Also das klingt mir persönlich nach einer ziemlichen Ausrede und ich reagiere da auch deswegen so allergisch, weil ich das jetzt quasi aus der Perspektive des Bürgerrechtlers nämlich genauso erlebe im Bereich innere Sicherheit. In Baden-Württemberg zum Beispiel haben die Grünen Staatstrojaner mit eingeführt, die hessischen Grünen haben auch Staatstrojaner mit eingeführt, sie haben gruselige Big Data Polizeisoftware aus irgendwelchen geheimdienstnahen US-Konzernen eingeführt in Hessen. Stichwort Hessendata. Das sind alles Projekte, gegen die die GFF klagt, das muss man so quasi aus Transparenzgründen immer dazusagen, also ich habe da natürlich ein gewisses Interesse dran, aber deswegen ist mein Blick auf die Grünen einfach massiv getrübt, weil die natürlich immer schöne Programme schreiben, aber wenn sie dann konkret Verantwortung tragen, muss man leider sagen, dann relativiert sich doch so einiges. Also jetzt ist ja natürlich, wir haben uns auch so ein bisschen gefragt, was soll man jetzt diese Autobahn zu Ende bauen oder nicht? Und ich denke, wir stehen alle vor der Erhitzung und wir alle wissen, dass wir was tun müssen. Wir haben eine Klimakrise, das ist nicht mehr nur irgendwie ein bisschen gefährlich, sondern es knallt ja schon im Klima. Und wir müssen ziemlich radikal umsteuern. Und irgendwo müssen wir damit anfangen. Und da können wir nicht jedes Mal sagen, na komm, ist doch jetzt hier nur die Autobahn oder ist doch nur so ein Stück Komm, hier noch schnell eine Ortsumgehung. Sondern wir müssen fundamental umsteuern. und für was, 30, 40 Kilometer, 20 Minuten, 30 Minuten Beschleunigung dieses Ding fertig bauen. Vielleicht soll man auch einfach gar nicht mit dem Auto daherfahren. Vielleicht soll man einfach mit in den Zug steigen. Ich glaube, wir müssen weg von diesem Autoverkehr. Ich bin nicht dafür, diese Sachen verfallen zu lassen. Nein, die Autobahnen, die da sind, muss man pflegen. Das muss man erhalten und die Brücken muss man auch neu bauen. Genauso wie man Bahnstrecken natürlich erhalten muss. Also da würde ich sagen, okay, das muss einfach sein. Verfallen lassen sollte man das jetzt nicht. Aber neue Autobahnen zu bauen, ich finde das falsch. Ich finde, ich finde das falsch. Irgendwo müssen wir anfangen und das fängt halt bei so kleinen Sachen an. Das ist ein bisschen das prinzipielle Argument. Ja, das ist das prinzipielle Argument. Ich würde aber auch noch zwei praktische Argumente anführen. Das eine Argument ist, jede Straße zieht neuen Verkehr an. Also ich bin nun wahrlich kein Verkehrsexperte, aber eine der Grundregeln bei der Stadtplanung ist, wenn ich irgendwo eine Straße baue, dann ziehe ich da mit neuen Verkehr an. Wenn es schön fließt, dann macht es halt Spaß, daher zu fahren und dann fahren eben immer mehr Leute daher. Wenn es hingegen lange dauert und unbequem ist, dann steigen die Leute auf alternative Verkehrsmittel oben mit anderen Worten. Wenn die denn gut ausgebaut sind. Na klar, man muss die dann natürlich gut ausbauen. Das heißt also, eine neue Straße zu bauen, läuft im Grunde den Zielen der Verkehrswende entgegen. Die Menschen eben der Tendenz, eher vom Auto wegzuholen. Das ist das eine praktische Argument und das zweite praktische Argument ist das Geld. Jede Autobahn, die man neu baut, ist ja auch richtig, richtig teuer. Also ich habe mal gelesen, dass im Schnitt, hängt so ein bisschen davon ab, wie die Trasse ist, wie viel Brücken man braucht und so, dass im Schnitt ein Meter Autobahn 6000 Euro kostet. Das heißt also, jeder Kilometer Autobahn sechs Millionen Euro. Und da kann man sich schon sehr die Frage stellen, die Zahlen sind auch nicht mehr ganz aktuell. Im Zweifel sind die Kosten heute wahrscheinlich ja acht Millionen Euro pro Kilometer oder auch zehn. Also hier steht, kurz mal schnell gegoogelt, Spiegel von 2016, als Faustregel unter Verkehrsexperten gilt, dass ein Kilometer Autobahn im Schnitt zehn Millionen Euro. Ja, guck mal, da sind wir jetzt schon bei zehn Millionen, wie gesagt, meine Zahlen waren nicht mehr ganz aktuell. Dann sind wir jetzt schon bei zehn Millionen Euro. Das heißt, mit anderen Worten, da geht es um richtig viel Geld. Und wenn man sich überlegt, was man mit diesem Geld im Infrastrukturausbau für andere Verkehrsträger machen könnte, zum Beispiel für einen vernünftigen Regionalverkehr, dass man eben mit dem Zug möglichst schnell von Gießen nach Kassel fahren kann, da muss ich ganz ehrlich sagen, passt das nicht mehr in die Zeit, so eine Autobahn fertig zu bauen. Auf der anderen Seite, ich habe Verständnis für die Menschen vor Ort, insbesondere in Dörfern, die eben leben hinter so einem Autobahnstummel. Denn da gibt es ja eben jetzt schon so eine halbfertige Autobahn. Und am Ende dieser halbfertigen Autobahn muss der Verkehr ja irgendwo hin. Das heißt, da wird jetzt Verkehr durch Straßen gelenkt, die für die Aufnahme eines Autobahnverkehrs natürlich nie ausgelegt waren. Das heißt also, ich glaube schon, dass es da Menschen gibt, wir haben jetzt konkret niemanden gefragt, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es da Menschen gibt, die enorm leiden unter diesem Autobahnumgehungsverkehr. Ja, aber dann würde ich sagen, das Geld, was ihr dann spart, weil ihr diese Autobahn nicht zu Ende baut, das könnt ihr entweder diesen Leuten geben oder da was ausbauen, damit das da ein bisschen verträglicher wird oder so. Ich habe das Gefühl, da sollte es Lösungen geben. Also ich tendiere dazu zu sagen, es ist Quatsch mit Soße. Das führt uns aber zu dem nächsten Thema. Wir haben ja neulich auch so ein bisschen über Verkehrswende geredet hier intern, weil du ja in Kopenhagen warst. Ja, ganz genau. Wir wollten nur diese ganze Testerei erst mal abwarten, um die Geschichte quasi komplett erzählen zu können. Also ich war in Kopenhagen tatsächlich, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin schwer beeindruckt von der Verkehrspolitik dieser Kommune. Ist jeder, der da hinfällt. Ich war ja auch mal da und sagen wir mal so, Fahrrad fahren und einfach mal so anhalten oder einfach mal so links abbiegen, da erntest du mindestens böse Blicke, wenn nicht sogar ein bisschen mehr. Da ist Disziplin angesagt. Da musst du mit deiner Hand links anzeigen, dass du gleich anhalten wirst. Da ist ein anderer Beat. Das heißt also, auf Kopenhagener Radwegen gilt keine Anarchie. Aber das Schöne daran ist, es gibt überhaupt Radwege und zwar nicht nur so hier und da, sondern Kopenhagener Straßen werden ganz offenbar von außen nach innen geplant. Und zwar so, dass die verschiedenen Verkehrsmittel alle ihren Raum haben. Also wenn man mal von außen nach innen schaut, gibt es da zunächst mal einen schönen, gut ausgebauten Gehweg. Und dann folgt etwas abgesenkt typischerweise ein Radweg, der auch in aller Regel geteert ist, sodass man da wirklich gut radeln kann. Und erst dann, nochmal abgesenkt, folgt in der Mitte der Straße eine Fahrbahn für Autos und Busse und was sonst noch so rumfährt. Und damit hat einfach quasi jedes Verkehrsmittel seinen eigenen Platz. Es gibt dann auch eigene Ampelphasen, eigene Abbiegespuren für Fahrräder und so. Und das hat mich doch sehr beeindruckt, weil diese Aufteilung des Verkehrsraums einfach sehr deutlich macht, ja, man darf da zwar Auto fahren, aber das Auto ist nicht quasi das dominierende Verkehrsmittel, nach dem sich alles richtet, sondern das Auto ist ein Verkehrsmittel, das aber eben den Platz, den öffentlichen Straßenraum teilen muss mit radfahrenden Menschen und mit Menschen, die zu Fuß unterwegs sind. Ja, also das ist, finde ich, so der Punkt, den ich bei diesem Thema loswerden will. Wenn du in Kopenhagen bist und wenn du in Berlin bist und das vergleichst, dann kommt man um die Einsicht nicht mehr drum herum, der öffentliche Raum in Berlin und deutschen Städten ist ungerecht verteilt. Ja, Berlin ist einfach konstruiert nach dem Paradigma der 60er Jahre, wir müssen die autogerechte Stadt bauen. Nicht nur Berlin, sondern das gilt ja für eigentlich für alle deutschen Städte. Also da mag es einige Ausnahmen geben, dass Münster dann ein bisschen so. Aber im Grunde genommen kannst du sagen, die deutschen Städte, Kleinstädte, Großstädte sind einfach Auto als Autostädte gedacht und das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Es ist schlichtweg ungerecht. Und ich habe neulich in so einem Online-Event da zuhören können, wo es eben um die Verkehrswende ging. Und da fand ich ganz interessant, dass diese Erkenntnis tatsächlich auch bei den Städten und den Lobbyisten der Städte angekommen ist. Also es gibt ja den Deutschen Städtetag zum Beispiel. Das ist so ein Verband, der sich halt für die Interessen der Städte in Deutschland einsetzt, unter anderem beim Bund. Und beim Deutschen Städtetag arbeitet eben Hilmar Lujewski in führender Position. Und der hat bei diesem Event Folgendes gesagt. Wir werden auch zu einer Flächenneuzuordnung kommen müssen, zumindest im städtischen Verkehr wird sich das nicht vermeiden lassen. Und damit auch zu harten Entscheidungen gegenüber all denen, die das Parken vor der Haustür im öffentlichen Raum, die das Hineinfahren in die Städte bis vors Geschäft und die motorisierte individuelle Mobilität sozusagen als ein Menschenrecht wahrnehmen. Das finde ich eine ganz interessante Erkenntnis, weil dieser Raum neu verteilt werden muss. Und das ist so ein bissiger Kampf, weil natürlich viele, die jetzt Privilegien haben, also Autofahrer, sich da wehren mit Händen und Füßen. In Berlin hat man ja diesen etwas ruppigen Versuch oder spontanen Versuch unternommen, diese Pop-Up-Radwege zu machen. Also sozusagen einfach zu sagen, okay, wir können jetzt hier nicht mehr ewig planen, sondern Corona ist Corona und wir brauchen Verkehrswende. Und wir haben ja auch ein Gesetz, was das vorschreibt. Also machen wir jetzt Pop-Up-Radwege, pinseln also mal einen Strich auf die Straßen und dann ist das rechts davon ein Fahrradweg. Und das wurde ja erst gekippt und jetzt aber doch wieder zugelassen. Ja, das muss man sehen. Das ist rechtlich so ein kleines bisschen unübersichtlich, weil das ja alles nur ein Eilverfahren ist. Es geht nicht um die Hauptsache. Zunächst mal hat das Verwaltungsgericht Berlin in einem Eilverfahren entschieden, dass diese Pop-Up-Radwege entfernt werden müssten. Aber dagegen gab es eben noch ein Rechtsmittel. Und das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hat nun im Eilverfahren entschieden, diese Pop-Up-Radwege können erst mal bleiben. Und ehrlich gesagt halte ich das, ohne jetzt in die juristischen Details einsteigen zu wollen, für völlig richtig. Und zwar ehrlich gesagt habe ich da auch die Entscheidung des VG gar nicht so ganz verstanden. Denn das VG hat damals ja schon nicht entschieden, dass Pop-Up-Radwege grundsätzlich unmöglich seien. Sondern es hat nur entschieden, diese Begründung, die die Verkehrsverwaltung in Berlin verwendet hat, diese Begründung war nicht tauglich. Mit anderen Worten, das Ergebnis ist völlig in Ordnung rechtlich. Man muss es nur anders begründen. Und vor einem solchen Hintergrund, dass es quasi nur an ein bisschen Papier fehlt für eine neue Begründung, machte aus meiner Sicht auch tatsächlich diese Ansage keinen Sinn, die erst mal wieder abzuräumen, die Pop-Up-Radwege, dann neuen Bescheid zu erlassen, um sie dann wieder aufzubauen. Das wäre ja ein totales Hin und Her gewesen. Insofern denke ich, ist die Folgenabwägung, die das Oberverwaltungsgericht nun in seiner jüngsten Entscheidung angestellt hat, deutlich überzeugender. Die Pop-Up-Radwege können erst mal bleiben. Man muss eben einfach verkehrliche Argumente bringen. Also die Argumente der Verkehrsverwaltung waren letztlich gesundheitspolitischer Natur. Die Idee dabei war, wir wollen ja, dass die Menschen möglichst viel Rad fahren, damit sie nicht in irgendeiner U- oder S-Bahn sich mit Corona infizieren. Und deswegen machen wir jetzt diese Pop-Up-Radwege. Genau. Und das war nicht okay. Und zwar, weil die Rechtsgrundlagen in der Straßenverkehrsordnung eben nicht vorsehen, dass man gesundheitliche Belange berücksichtigt. Da kann man nur verkehrliche Belange ins Feld führen. Und ein verkehrlicher Belang wäre aber zum Beispiel gewesen, die Sicherheit der Radfahrer. Und wenn man sich die Straßen anguckt, wo solche Pop-Up-Radwege zurzeit eingerichtet sind, dann hätte man mühelos begründen können, dass die für Fahrradfahrer so eine Art Nahtoderlebnis sind. Und deswegen, oder für Fahrradfahrerinnen natürlich genauso. Und deswegen lässt sich das sehr gut begründen, warum auf die gerade diesen Strecken Pop-Up-Radwege sein müssen. So, und jetzt kommen, oder können ja auch jetzt bleiben. Und du hast es ja auch eben gesagt, Straßenverkehrsordnung, das war auch noch so ein Punkt, der von ganz vielen Befürwortern einer Verkehrswende in den deutschen Städten angeführt wird. Unter anderem eben auch vom Vertreter des Deutschen Städtetages, den wir eben gehört haben, Hilmar von Lujewski, nämlich die deutsche Straßenverkehrsordnung muss reformiert werden. Das Argument ist immer, das ist eine Straßenverkehrsordnung, die natürlich den Straßenverkehr regelt, aber eben in erster Linie die Bewegung von Autos im Blick habe. Und das ist so ein bisschen die Frage, das haben wir jetzt nicht recherchiert. Aber das wäre mal eine Frage auch an euch. Gibt es ja auch findige und kundige Leute, die sich mit sowas beschäftigen. Ob ihr da mal Input geben könntet unter talk.lagedernation.org, was es damit auf sich hat. Ja, ganz genau. Bei dieser Gelegenheit noch mal das Stichwort Talk. Also talk.lagedernation.org, das ist unser relativ neues Lageforum, das wir vor einigen Monaten für euch eingerichtet haben. Ich bin damit ehrlich gesagt extrem glücklich. Ich mache ja so ein bisschen die Forenmoderation bei uns schwerpunktmäßig. Das funktioniert viel besser als das alte WordPress-Forum, das wir früher hatten. Und ich möchte mich an dieser Stelle noch mal ganz herzlich bedanken für die vielen, vielen engagierten, kompetenten Kommentare. Und auch das in aller Regel sehr, sehr gute Gesprächsklima. Also es gibt in jeder Woche ein, zwei, drei Kommentare, die ich nicht freischalte. Entweder, weil sie Fake News verbreiten, also wirklich offensichtlichen Quatsch. Oder weil Menschen persönlich angegriffen werden. Philipp und ich oder auch andere Menschen, die kommentieren. Sowas schalte ich natürlich nicht frei, weil uns das Diskussionsklima am Herzen liegt. Aber ich würde mal schätzen, 98 Prozent der Beiträge schalte ich frei. Und das ist, finde ich, im Internet nicht selbstverständlich, dass man so zivil miteinander diskutiert. Das macht großen Spaß. Bitte nutzt dieses Forum, auch wenn ihr uns Themen ans Herz legen wollt. Denn dann haben wir sie alle an einer Stelle konzentriert. Da gibt es extra eine Rubrik für Themenvorschläge. Eben zum Beispiel jetzt zum Thema StVO-Reform. Was muss da eigentlich rein? Bitte schreibt es dorthin. Denn der große Vorteil eines Themenvorschlags, der schon in unserem Forum unterbreitet wird, ist, dass das andere Menschen kommentieren können. Das heißt, wir bekommen dann schon so ein bisschen Feedback von der Community und haben dann großen Anreiz, diese Themen auch tatsächlich zu besprechen. Wir haben ja in den letzten Lagen häufig und finde ich nach wie vor völlig zu Recht über rechtsextreme Erscheinungen in den deutschen Behörden, Sicherheitsbehörden, Polizei, Bundeswehr etc. gesprochen. Und wir hatten ja hier auch eine Einschätzung von Wissenschaftlern zu der Frage, muss eigentlich mal erforscht werden, soziologisch, habituell, substanziell, ob es ein strukturelles Problem in deutschen Sicherheitsbehörden mit Rechtsextremismus gibt. Und da haben natürlich jetzt alle diese Woche ganz gespannt drauf geschaut, weil der Bundesinnenminister Horst Seehofer einen Bericht zum Extremismus in deutschen Sicherheitsbehörden vorgestellt hat. Horst Seehofer hat sich ja immer dagegen gewehrt, das substanziell und fundamental erforschen zu lassen. Und nun wurde also dieser Bericht vorgestellt. Dieser Bericht ist im Kern eine Statistik, wenig Analyse, sondern zählt im Kern eigentlich auf, was in den drei Jahren von Anfang 2017 bis März 2020 in allen deutschen Sicherheitsbehörden für Fälle gemeldet wurden. Also Fälle, in denen auch Verfahren eingeleitet wurden, sei es jetzt arbeitsrechtlich oder strafrechtlich. Meist dreht es sich dabei um rassistische, extremistische Äußerungen in der einen oder anderen Form. Und die Zahlen sind, 377 Fälle wurden insgesamt gemeldet und eingeleitet. Da wurden Verfahren eingeleitet. Das sind nicht Menschen, sondern das sind Fälle. Und zu jedem Fall gehören manchmal ein paar mehr Menschen. Bei der Bundeswehr waren es über 1.000 Verdachtsfälle, also 377 in deutschen Sicherheitsbehörden, Polizei etc. Und bei der Bundeswehr waren es eben über 1.000 Verdachtsfälle. Und es wurden aber nur eben in diesem Bericht diese Fälle berücksichtigt, die auch gemeldet wurden, die also aktenkundig geworden sind. Ja, und wir haben, denke ich, bei der Besprechung der verschiedenen Einzelfälle, die wir so in der Lage hatten, auch diskutiert, dass es in aller Regel reiner Zufall war, dass so ein Einzelfall mal zur Sprache kam. Da gab es dann teilweise über viele Jahre hinweg irgendwelche rechtsextremen Chat-Netzwerke. Und irgendwann mal hat sich dann jemand ein Herz gefasst und diese Dinge tatsächlich irgendwie nach außen getragen, zum Beispiel an die Presse gegeben oder so. Mit anderen Worten, die Vermutung liegt nicht fern, dass diese Fälle, die bekannt geworden sind, die ausschließlich in diesen Bericht eingegangen sind, allenfalls die Spitze eines großen Eisbergs sind. Und trotzdem sagt Horst Seehofer, 377 Fälle in drei Jahren bei Polizei, Geheimdiensten und über 1.000 Fälle bei der Bundeswehr in drei Jahren. Das sei eine geringe Anzahl. Und das bedeutet, dass wir kein strukturelles Problem mit Rechtsextremismus in den Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern haben. Wenig Fälle und er sagt kein strukturelles Problem. Also ich meine, das ist natürlich eine Frage der Perspektive. Also natürlich oder hoffentlich kann man jedenfalls sagen, haben solche Extremisten nicht die Mehrheit in den Sicherheitsbehörden. Aber auf der anderen Seite würde ich mal denken, jeder Fall ist ja einer zu viel. Denn jeder Fall ist ja ein Fall, der unmittelbar jedenfalls infrage stellt, dass die Polizei insgesamt auf dem Boden des Grundgesetzes steht. Also ich würde mal sagen, wir als Gesellschaft haben ein strukturelles Problem mit Rassismus und Extremismus. Und also hat zwangsläufig auch die Bundeswehr und die Polizei ein strukturelles Problem mit Rassismus. Und dafür gibt es Studien, ich habe das letzte Mal so angedeutet. Natürlich haben diese Behörden eine erhöhte Anziehungskraft für Leute, denen Recht und Ordnung besonders wichtig ist. Und man kann, glaube ich, mit Recht davon ausgehen, dass in diesen Behörden es mehr Menschen als im bundesdeutschen Gesellschaftsquerschnitt gibt, die zu Extremismus, Rechtsextremismus, Rassismus neigen. Und ich würde sagen, das muss erforscht werden. Das war eine verschenkte Chance, finde ich, von Horst Jehofer, dieser Bericht. Es gibt allerdings, das muss man ehrlicherweise auch dazu sagen, glaube ich, in den Reihen der Länderinnenminister durchaus Bewegung, die jetzt auch anhand dieses Berichts gesehen haben. Leute, Thüringen, glaube ich, hat angekündigt, mindestens in Thüringen das zu erforschen. Und ich glaube, der Innenminister aus Thüringen ist der Vorsitzende der Länderinnenministerkonferenz gerade. Und der, glaube ich, wird schon sehr darauf drängen, dass die Innenminister insgesamt für die ganze Bundesrepublik mal so eine Studie anstoßen. Und meine Hoffnung ist da noch nicht begraben, dass es auch dazu kommt. Ja, ich denke, ehrlich gesagt, ist es genauso, wie du angedeutet hast, Philipp, diese einfach völlig realitätsferne Einschätzung von Horst Seehofer hat im Gegenteil ganz vielen Menschen, nicht nur aus der Opposition, sondern auch zum Beispiel aus der Koalition, aus der Großen Koalition im Bund und aus den Ländern gezeigt, Horst Seehofer ist einfach an diesem Punkt nicht mehr ganz von dieser Welt. Wenn man so will, ist Horst Seehofer selber ein strukturelles Problem, dafür konsequent gegen Rassismus in den Sicherheitsbehörden vorzugehen. Wie gesagt, es geht uns überhaupt nicht darum, jeden einzelnen Menschen, der da arbeitet, vorzuverurteilen. Darum geht es überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil geht es bei einer solchen Untersuchung ja darum, rauszufinden, wer sind denn die problematischen Menschen? Und das dient ja nicht zuletzt auch dem Schutz derjenigen, die hoffentlich die Mehrheit stellen und die völlig sich korrekt verhalten und auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. Man muss aber zur Ehrenrettung auch sagen, dass Seehofer sich nach einigen Berichten zumindest offen gezeigt hat, die Arbeitsbedingungen von Polizisten und Polizistinnen analysieren zu lassen. Da ist dann ja immer, also was versteht man unter einer Studie? Was versteht man unter Erforschung von Extremismus in den Sicherheitsbehörden? Aber mein Eindruck ist, die Debatte ist noch nicht beendet. Und auch Horst Seehofer bewegt sich da ein bisschen, wenn auch noch nicht genug. Und er hätte sich bei dieser Gelegenheit mehr bewegen können. Das hat er nicht getan. Das heißt aber nicht, dass er das in Zukunft nicht auch noch tun wird. So sieht es aus. Dann haben wir noch ein klitzekleines Update in einem Sachverhalt, über den wir vor vier Wochen berichtet haben. Erinnert euch vielleicht an das Stichwort Mare Liberum. Da ging es darum, dass der Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer alles dafür getan hat, dass der Verkehr nicht fließen kann. Und zwar insbesondere der Verkehr von Schiffen, von Flüchtlingshilfsorganisationen auf dem Mittelmeer. Unter anderem die Organisation Mare Liberum hatte Probleme mit Andreas Scheuer. Nicht mit ihm konkret, aber mit einer Behörde, die letzten Endes unter der Ägide von Andreas Scheuer tätig wird. Nämlich einer bestimmten Berufsgenossenschaft. Die wiederum hat die Schiffe von Mare Liberum an die Leine gelegt. Am Auslaufen aus griechischen Häfen gehindert. Unter Berufung auf eine Schiffssicherheitsverordnung, die das Ministerium von Andreas Scheuer hatte ändern lassen. Wir hatten dazu eine wissenschaftliche Einschätzung in der Lage mit mehreren O-Tönen. Und unter anderem gab es da die Einschätzung, dass diese Änderung der Verordnung sehr wahrscheinlich europarechtswidrig war. Nicht zuletzt deswegen hat die Organisation Mare Liberum gegen die Festhalteverfügung, also gegen dieses Auslaufverbot geklagt. Und nun vor Gericht Recht bekommen. Das ist die gute Nachricht der Woche. Mare Liberum hat vor Gericht gewonnen. Und zwar deswegen, weil nach Ansicht des Verwaltungsgerichts die Änderung der Schiffssicherheitsverordnung gegen Europarecht verstößt. Genauso wie wir das in der Lage mit unserer Interviewpartnerin schon andiskutiert hatten. Mit anderen Worten, der Rechtsstaat ist noch nicht vorbei. Aber es sieht jetzt erst mal ganz gut aus für Mare Liberum, dass die Schiffe wieder auf dem Mittelmeer tätig werden können. Wobei es da eben nicht unmittelbar um Rettung geht, sondern vor allem um Monitoring. Also die Aufgabe von Mare Liberum oder die selbstgesteckte Aufgabe von Mare Liberum ist vor allem zu dokumentieren, was eigentlich auf dem Mittelmeer vor sich geht. Und dazu gehören natürlich auch menschenrechtlich problematische Verhaltensweisen, zum Beispiel der sogenannten Grenzschutzorganisation Frontex der EU. Wir müssen auch noch eine kleine Korrektur anbringen. Es ging in der letzten Lage um die Pkw-Maut und die Aussage von Verkehrsminister Andreas Scheuer im Bundestag. Hat er den Bundestag belogen, ja oder nein? Und da hatten wir ein O-Ton zitiert, wo Andreas Scheuer sagt, bei einem Treffen am 22.11. hätten die Betreiber, die mutmaßlichen Betreiber der Pkw-Maut ihm nicht angeboten, den Vertrag später zu unterzeichnen. Also nach der Urteilsverkündung des Europäischen Gerichtshofs. Und wir hatten das argumentiert, es sei ein überspezifisches Dementi und so weiter, weil es eigentlich um ein Treffen ginge am 27.11., also eine Woche später. Nun stellt sich heraus, das Verkehrsministerium hat seinen Minister nach diesem Auftritt im Bundestag korrigiert. Und danach steht die Aussage, Andreas Scheuer sagt, bei einem Treffen am 27.11. hätten die vermutlichen Betreiber der Pkw-Maut ihm nicht angeboten, den Vertrag über die Pkw-Maut nach dem Urteil abzuschließen. Das macht die Lage für Andreas Scheuer aber nicht besser. Denn die beiden Chefs dieser Unternehmen haben beim Untersuchungsausschuss ausgesagt, doch, bei diesem Treffen am 27.11. haben wir sehr ausführlich angeboten, den Vertrag über die Pkw-Maut erst nach der Urteilsverkündung zu unterschreiben. Und es steht jetzt also demnach die Aussage von Andreas Scheuer, nein, beim Treffen am 27.11. wurde mir das nicht angeboten. Gegen die beiden Manager und gegen einen dritten Manager, der unmittelbar nach dem Gespräch sich ja darüber Notizen gemacht hat. Werden das in der letzten Lage genau dargestellt? Ob das jetzt Aussage gegen Aussage ist, das haben wir letztes Mal ausführlich debattiert und würden sagen, nein, es ist nicht Aussage gegen Aussage. Und die Lage ist jetzt also so, dass es nicht um zwei Treffen ging, sondern es geht um dieses eine Treffen am 27.11., wo Scheuer sagt, nein, mir wurde das nicht angeboten. Und die beiden Manager sagen, doch, wir haben es ihm angeboten. Und insofern hat das die Lage für Andreas Scheuer nicht verbessert, dass wir uns geirrt haben, sondern hier korrigieren müssen. Sondern es geht, sieht zumindest sehr danach aus, dass Andreas Scheuer nicht die Wahrheit sagt. Das ist auch nicht gerade erfreulich. Als Bundesminister kann man schon erwarten, dass man vor dem Parlament die Wahrheit sagt oder in einem Untersuchungsausschuss die Wahrheit sagt. Das klingt alles gar nicht gut. Spannend natürlich die Frage, weswegen die SPD insbesondere als Koalitionspartnerin Andreas Scheuer immer noch deckt, trotz einer ganzen Serie von politischen Fehlleistungen inzwischen. Und trotz Millionen schwerer Verluste, wir haben es letzte Woche schon berichtet, etwa 500 Millionen sind da vermutlich versiebt worden. Tja, das ist im Lageforum auch intensiv diskutiert worden. Es gab unter anderem die Theorie, wir können die natürlich letztlich nicht einschätzen, dass die SPD das deswegen macht, weil es so eine Art Stillhalteabkommen gäbe zwischen Union und SPD. Denn auch bei der SPD gibt es ja äußerst problematische Minister, nicht zuletzt Olaf Scholz, der auch das eine oder andere versiebt hat, Philipp. Nicht zuletzt, was war es bei Olaf Scholz? Der Wirecard-Skandal? Und der hatte mit Warburg in Hamburg Treffen, als da schon Verfahren liefen. Und der hat sehr demonstrativ versäumt, Steuern zurückzufordern. Das ist dieser Cum-Ex-Skandal. Dieser Cum-Ex-Skandal. Haben wir in der Lage auch verschiedentlich dargestellt. Aber es gibt eine Menge Probleme, weil jetzt auch diese Woche der Untersuchungsausschuss zu Wirecard seine Arbeit aufgenommen hat. Und also da würde mich auch interessieren, das ist erst mal nur eine These, die SPD hält bei Scheuer still, weil sie sonst um Olaf Scholz fürchtet. Aber wenn unter euch Menschen sind, die da nähere Informationen haben, interne Informationen vielleicht, dann sind wir dafür offen. Wir haben auch PGP-Streamer zu erreichen. Was man also haben kann heutzutage. Ja, in diesem Sinne, ach genau, einen Literaturtipp habe ich noch zum Thema Gedächtnisprotokolle. Der Freitag, eine politische Wochenzeitung aus Berlin, hatte mich gefragt, ob ich einen kurzen Kommentar schreiben kann zum Beweiswert von Gedächtnisprotokollen. Habe ich gerne gemacht. Ich lese den Freitag nämlich sehr gerne. Und das könnt ihr nachlesen auf der Homepage. Da hat der Freitag heute auch getwittert. Oder wir packen den Link auf diesen kurzen Kommentar zum Beweiswert in die Show-Nom. Da hatten wir ja letztes Mal drüber geredet, Gedächtnisprotokolle. Und da gab es in Übermedien noch ein interessantes Interview. Und das fand ich interessant, dass es offensichtlich unter bestimmten Umständen okay ist, ein Video zu machen für Journalisten. Und das auch zu veröffentlichen von privaten Gesprächen, wenn das öffentliche Interesse dementsprechend hoch ist. Unter allen Umständen ist es aber verboten, eine Audioaufnahme anzufertigen. Genau, darum geht es auch in diesem Kommentar. Könnt ihr also nachlesen. Sowohl bei Übermedien verlinken wir als auch in meinem eigenen. Das fand ich interessant. Also da den Übermedien, das Interview, das haben wir verlinkt. Und den Kommentar von Ulf könnt ihr euch auch noch mal ansehen. So, jetzt ist aber gut für heute. Wir danken euch für eure Geduld. Wir danken euch für eure Unterstützung, für das Feedback und ein paar Bewertungen auf iTunes. Es ist ein Privileg, dieses Ding hier mit euch machen zu dürfen. Und wir hören uns deshalb wieder, wenn ihr denn mögt, nächste Woche. Danke, danke, danke. Noch mal zur Erinnerung, das volle Interview mit Norbert Röttgen kommt für alle Menschen, die uns mit dem Plus-Abo unterstützen an diesem Wochenende. Und alle anderen können das irgendwann, denke ich, kommende Woche oder nächstes Wochenende auch an. In diesem Sinne, ein schönes Wochenende, kommt gut in die neue Woche. Bleibt gesund. Wenn ihr krank seid, werdet gesund. Bis dann, ne? Tschüss. Tschüss.